Ja, Klimakrise, ein ganz wichtiges Thema, ein lebenswichtiges Thema, könnte man sagen. Diese Veranstaltung heute findet im Rahmen der Initiative TU Vision statt. Wir begleiten sie durch den Nachmittag. Also wir, das bin ich, Sibylla Zech, Raumplanerin und Landschaftsplanerin im Institut für Raumplanung. Hier an der TU und das ist Philipp. Philipp, wenn du dich zuschalten möchtest. Ja, also ich hoffe, man hört mich auch gut. Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Philipp Turner und ich bin, mein Fachgebiet ist eigentlich die Biomechanik. Ich habe jetzt nicht direkt wissenschaftlich mit der Klimakrise oder Klimaveränderung zu tun, aber es ist natürlich ein Thema, denke ich, das uns alle betrifft. Also auch von mir herzlich willkommen. Ja, es gibt viel zu diskutieren heute Nachmittag. Es gibt viele Inputs heute Nachmittag. Vielleicht noch der Hinweis, wenn es technische Probleme geben sollte, die bitte im Chat anmelden. Die Lea Renoldner und Lina Karna, vielleicht möchtet ihr euch kurz einblenden, damit man euch auch sieht. Sie sorgen dafür, dass das alles reibungslos über die Bühne geht. Schon herzlichen Dank dafür. Und also bitte an Lea oder an Lina, wenn es ein Problem gibt, ein technisches, kurz im Chat anmelden. Ja, Hintergrund der heutigen Veranstaltung. Philipp, willst du das vielleicht noch ein bisschen näher ausführen? Ja, also Hintergrundinformation vielleicht ganz kurz zu Theovision. Das Theovision ist ja ein Prozess, der vor mittlerweile schon fünf Jahren gestartet hat. Das war eigentlich so ein, wie man auf Englisch sagen würde, eine Grassroots-Bewegung. Dann aber auch im Zuge der 200-Jahr-Feier von der Rektorin, also sozusagen unterstützt. Und ja, also seit mittlerweile fünf Jahren ist eigentlich das Ziel von Theovision, also das heißt eigentlich Theovision 2025 plus, fakultätsübergreifende Diskurse zu führen zur mittelfristigen Strategieausrichtung unserer Universität. Und ja, mit der aktuellen Phase von Theovision wollen wir eigentlich unsere akademische Kultur an der TU Wien in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren, ich denke, da gibt es keinen Horizont eigentlich wirklich, aber das geht natürlich in die mittelfristige und langfristige Zukunft unserer Institutionen im Blick nehmen und uns auch die Frage stellen, wo und wofür sollen wir als TU stehen und wie wollen wir forschen, studieren und lehren und das auch eigentlich immer in Kontext zu aktuellen, wichtigen Fragestellungen. Also in diesem Sinne ist eigentlich immer wieder geplant, einen regen Austausch zu fördern über unser Selbstverständnis und unsere gesellschaftliche Verantwortung als Wissenschaftlerinnen, wie eben schon gesagt, zu aktuellen Fragestellungen und Fragestellungen. Und heute, wie schon eben der Titel sagt, es geht um die Klimakrise, also das wird das Thema unserer heutigen Veranstaltung sein. Es gibt auch einen Link zu einer Veranstaltung, die gestern schon stattgefunden hat, aber dazu später etwas mehr. Also das ist jetzt sozusagen nur der Hintergrund zur Theovision. Ich glaube, wir beginnen jetzt einmal zunächst mit einer Umfrage, damit wir überhaupt ein Bild bekommen, wer eigentlich da ist. Also übergebe ich wieder zurück an die Sibylla. Ja, genau. Dankeschön. Ja, wir schauen, wer ist im Raum, haben dazu eine kleine Umfrage vorbereitet, eine anonyme Umfrage. Die können Sie jetzt ausfüllen. Die erste Frage, an welcher Fakultät forschen, lehren, arbeiten, studieren Sie, beziehungsweise ist es eine fakultätsübergreifende Einrichtung, an der Sie tätig sind. Man muss den Bildschirm hinunterscrollen, um zur nächsten Frage zu gelangen, wo man die Frage ist, ob man Studierende, Wissenschaft, Mitarbeiterin, allgemeines Universitätspersonal oder sowohl beides, Studierend und Mitarbeiter ist. Dann eine Einschätzung, in welchem Umfang Sie Ihre Arbeitszeit dem Thema Klimakrise widmen, in Prozent der Arbeitszeit und schließlich, wie soll ich eine Einschätzung, wie schätzen Sie Ihre Kompetenz in Bezug auf die Klimakrise ein? Hoch, mittel, gering, einfach mal so aus dem Gefühl heraus. So, die Auswertung läuft. Und sobald alle drinnen sind, würde ich die Lea bitten, das Ergebnis dann einzublenden. So, ja, einen kurzen Überblick da dazu. Am meisten Vertreterinnen sind aus der Fakultät Architektur und Raumplanung da, aber es sind von allen Fakultäten Vertreterinnen da und auch von fakultätsübergreifenden Einrichtungen. Also das ist, da war es schon sehr wichtig, weil diese TU-Vision soll vor allem eben fakultätsübergreifend, einrichtungsübergreifend agieren. Vielleicht können wir zur nächsten Folie herunter, kann ich selber scrollen. Schauen wir das Ergebnis an. Es sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen zu über 40 Prozent da, Studierende, allgemeines Universitätspersonal, ein Teil der Anwesenden ist sowohl Studierend als auch Mitarbeiterin an der TU. Und die Einschätzung, wie sehr befassen wir uns mit dem Thema der Klimakrise zeitlich, ja, doch ein großes Thema für viele in der Runde. Zwischen 25 und 50 Prozent, einige auch über 50 Prozent, einige noch nie, aber das ändert sich jetzt ja vielleicht. Und dann gibt es auch diese Einschätzung, die Kompetenz in Bezug auf die Klimakrise, Mittel mit 66 Prozent der Anwesenden. Ja, das wäre mal so ein bisschen ein Eindruck, damit man ein bisschen sieht, wer ist so im Raum, in diesem digitalen Raum. Und wir kommen jetzt zum Ablauf, kurze Info zum Ablauf der heutigen Veranstaltung. Da wird uns Philipp kurz vorstellen, um welche Fragen es geht und wie das vor sich gehen wird. Genau, also wir beginnen, ich habe ja schon gesagt, vorhin angeführt, es gab gestern schon eine Veranstaltung, da ging es um den digitalen Wandel. Und natürlich, ja, im Zeitalter des digitalen Wandels, da gibt es natürlich auch einen Konnex zu Klimafragen. Also da werden wir zunächst beginnen mit einer Überleitung. Da wird uns Frau Professor Ivona Branditsch ein paar Worte sagen, die gestern auch an der Veranstaltung beteiligt war. Dann eben anschließend daran werden wir drei Impuls-Statements hören, von verschiedenen Personen aus unserer Universität, also verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Fragestellungen. Und die zentralen Fragen, die wir sozusagen bitten, auch bei diesen Impuls-Statements in Betracht zu ziehen, waren eben, wenn ich die kurz anführen darf, die Forschung im Bereich der Klimakrise hat konkrete Auswirkungen auf Menschen. Was heißt das für die eigene Verantwortung als Wissenschaftlerin im Umgang mit diesen Forschungsvorhaben und Ergebnissen? Und wie wird diese Verantwortung wahrgenommen? Und als zweite Frage, also das heißt, die erste Frage dreht sich eigentlich um die Verantwortung des Einzelnen. Die zweite Frage um die Verantwortung der TU in Bezug auf die erforschten Ergebnisse. Wie soll die TU Wien als Institution und damit auch im öffentlichen Diskurs in ihrer Verantwortung umgehen? Also da gibt es drei Impuls-Statements dazu. Das soll uns ein bisschen anheizen, ein bisschen Ideen geben, vielleicht auch ein bisschen kontrovers sein unter Umständen. Da sind wir natürlich sehr gespannt, was unsere Impuls-Statement-Geber und Geberinnen da uns sozusagen mitgeben werden. Danach begeben wir uns in eine Diskussion in kleineren Gruppen, wo es auch wieder um diese Fragen geht. Und Aufgabe eigentlich dann in dieser Diskussion ist es sozusagen auch in Bezug auf die Impuls-Statements, auch in Bezug auf die eigene Forschungsumgebung und denke ich auch persönliche Einstellung und Meinung, diese Fragen zu diskutieren. Und dann sollen pro Gruppe eigentlich daraus nur drei Keywords, drei Schlagwörter zurückgemeldet werden, die wir dann im dritten Teil in einer Podiumsdiskussion sozusagen wieder aufgreifen werden. Also das heißt, das ist eigentlich der Input dann für den dritten Teil. Es gibt, also keine Angst haben, es wird auch Pausen geben. Also wir haben geplant zumindest, dass wir jetzt einmal nach den Impuls-Statements, nach dieser kurzen Diskussion und den Gruppen eine kurze Pause einschieben sozusagen. Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch gesagt. Wir machen nach den Impuls-Statements eine Pause, eine kurze Pause, also ein Bio-Break. Nach den Diskussionen gibt es dann eine etwas längere Pause, ist da eingeplant von 15 Minuten, damit auch die Ergebnisse verarbeitet werden können. Und dann so circa um 17 Uhr begeben wir uns dann in die Podiumsdiskussion. Also jeder dieser drei Teile, also das heißt, der erste Teil sollte um 16 Uhr abgeschlossen sein, der zweite um 17 Uhr und dann um 18 Uhr schließen wir dann die Veranstaltung. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Nein, das ist, glaube ich, alles gesagt. Vielleicht noch der Hinweis, falls sie irgendwie aus der Sitzung, falls man rausfliegt oder so, man kann sie einfach wieder einsteigen, auch während der Breakout-Sessions ist das möglich. Dann werden sie wieder der Breakout-Session zugeordnet. Also es kann nichts passieren. Und das freut mich sehr zu sehen, dass wir schon an die 60 Leute mittlerweile sind, trotz Sonnenschein, also und zu diesem wichtigen Thema. Und damit steigen wir auch gleich ein, anknüpfend an die gestrige Veranstaltung, die zum Thema der digitalen Transformation war. Da hat Ivona Branditsch einen Vortrag am Schluss gehalten, der schon so eine erste Brücke zum heutigen Tag gebaut hat. Und sie wird auch bei uns so eine kleine, kurze Keynote in diesem, zum Klimawandel herstellen, zur Klimakrise. Ivona Branditsch ist Wirtschaftsinformatikerin, Background-Universität Wien, TU Wien, Lehrerin Melbourne, ist die am häufigsten zitierte europäische Wissenschaftlerin im Bereich des Cloud-Computing, der Cloud-Computing-Systeme, internationale Expertin für mich als Planerin, so sehr komplex anmutende Systeme für Web and Workflow, Quality, Quality of Service beispielsweise. Sie ist Trägerin zahlreicher einschlägiger aus der Auszeichnung und Preise und seit 2016 auch Mitglied der Jungen Kurier der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und sie hat gestern ganz spannende Erkenntnisse hereingebracht. Also wenn ich mir das so ein bisschen mitnehme, aus dem Vortag, wenn ich mir das recht erinnere, unsere IT in Österreich, um die zu betreiben, verbrauchen wir die Energie aller unserer Donaukraftwerke, wenn ich das richtig mitgenommen habe. Und auch, glaube ich, eine ganz wichtige Haltung. Man kann die Verantwortung im Thema Energieverbrauch in dem Fall, aber wahrscheinlich auch Klimawandel, nicht an Endnutzerinnen, an die Konsumentinnen einfach abschieben. Ja, liebe Ivona Branditsch, wir freuen uns auf das Impuls-Statement. Und super, dass wir zuerst wieder da sind. Also vielen, vielen Dank. Dankeschön auch für die Einladung. Ja, ich bin da irgendwie so als Brückenschlagerin zwischen gestern und zwischen heute Informatikerin. In der Informatik haben wir sehr viele Computer und wir brauchen noch sehr viel Strom. Das heißt, wir tragen zu einem großen Teil bei, auch zu dieser Klimakrise. Ich muss auch alle enttäuschen, die gestern da waren. Die Probleme sind noch die gleichen. Also ich werde nicht viele neue Dinge erzählen können. Aber ich werde es ein bisschen kürzer und prägnanter erzählen, worum es da eigentlich geht. Ja, was machen wir in der Informatik? Wir haben sehr viele Computer, wir haben sehr viele Systeme und wir haben in den letzten Jahren einen großen Paradigmenwechsel erlebt in der Informatik. Oder erleben Sie immer noch. In der Vergangenheit haben wir diese klassischen Programmierparadigmen gehabt, wo wir auf der einen Seite als Input Daten haben und auch Regeln. Dann kommt ein Programmierer oder eine Programmiererin, schreibt ein Programm und dann kriegen wir die Antworten. Mittlerweile ist es so, dass unsere Systeme durch AI und Machine Learning, also künstliche Intelligenz und Machine Learning gesteuert werden. Und da ist es anders, weil da haben wir die Daten und die Antworten als Input, weil ich möchte zum Beispiel, dass zwei Autos nicht zusammenkrachen. Ich möchte auch, dass mein Roboter von A nach B fährt. Ich weiß, was ich will, aber ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Und um diese Regeln zu lernen, braucht man wahnsinnig, wahnsinnig viele Computer. Und da liegt es auf der Hand, dass wir einen höheren Energieverbrauch haben. Insbesondere, weil diese Systeme oft zeitkritisch sind, große Datenmengen haben, geografisch verteilt sind, nicht stationäre Daten haben und wir mittlerweile so richtige Explosionen haben, was Energiebedarf hier angeht. Das ist aber nicht der einzige Grund. Es gab viele, viele weitere Gründe. Und einer der Gründe, warum wir einen Anstieg in Energieverbrauch haben, ist, weil wir das nicht mehr trennen können. Ja, da sind die Computer und da sind die Dinge. Mittlerweile sind alle Dinge Computer. Das kann man gar nicht trennen. Und da habe ich ein Auto. Früher war ein Auto ein Auto. Heute ist es eigentlich ein Computer. Ein richtiges Rechenzentrum. Dieses Auto Riematz K besitzt, kann Risiko abschätzen, hat Kameras, hat Radarsysteme, vier Stufen der Autonomie und 22 MacBooks Pro eingebaut. Das heißt also, es gibt keine Trennlinie. Alles um uns herum ist ein Computer und braucht Strom. Und noch schlimmer, diese Systeme, diese Geräte generieren einfach sehr, sehr viele Daten, die verarbeitet werden müssen. Und dafür braucht man natürlich auch umso mehr Strom. Und um es weiterzuführen, wage ich es zu sagen, dass wir dann auch irgendwann einmal zum Computer werden. In der Virtual Reality sieht man da hier auch diese User, die in so einem sehr komplexen Setup sich befinden. Ja, damit diese Bilder in so einem virtuellen Raum und in diesem Raum kann man zum Beispiel sehr verschiedene Setups setzen. Man kann fünf User haben, die sind alle im gleichen Raum und sie glauben, die sind auch in verschiedenen Kontinenten oder die sind in ganz verschiedenen Räumen, in ganz verschiedenen Städten und die glauben, die sind alle im gleichen Raum. Also da kann man wahnsinnig tolle Sachen machen im Tourismus, in der Medizin. Also Feuerwehr kann Einsätze üben, Militär kann kritische Einsätze üben. Aber damit das funktioniert, tragen sie Laptops auf ihren Rücken. Die Menschen werden auch irgendwie durch Computer unterstützt und es sind mehr Geräte, die brauchen Strom. Und die Problematik, die wir hier haben, ist, dass das immer mehr wird. Und wo das auch ganz deutlich wird, ist in dieser Publikation in Nature auch gezeigt worden und da sieht man, ich hoffe, man kann meine Maus sehen, da sieht man zum Beispiel, dass die Elektronikgeräte, also die Energieverbrauch für Elektronikgeräte wird immer kleiner, 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 kleiner. Produktion, Kosten und Ressourcen für die Produktion von ICT werden immer relativ konstant. Aber wir haben da eine Explosion, wenn es um Energie im Bereich von Rechenzentren geht, weil Daten zentral gespeichert werden und im Bereich von Netzwerken. Ja, und wenn wir an heute denken, was machen wir alle hier? Wir sitzen alle hier vor dem Computer. Wie viele Leute sind jetzt da in dieser Sitzung? 60. Das heißt, 60 Computer sind eingeschaltet, brauchen Strom. Es wird laufend gestreamt. Das heißt, dass so ein Netzwerkfluss ist zwischen einem Server und 60 Computern, die irgendwo zu Hause sind. Das heißt, es wird wahnsinnig viel Strom für die Netzwerke gebraucht. Und diese Schätzungen, die da gemacht worden sind, waren 2018. Und mit der Covid-Pandemie und allem, was wir machen, schaut es heute auch ganz anders aus. Das heißt, es ist noch viel schlimmer. Und man sagt ja, das Sitzen ist das neue Rauchen. Ich sage, oder es hat wahrscheinlich wer anderer vor mir gesagt, aber Streaming ist das neue Fliegen, jetzt in der Pandemie. Das heißt also, es braucht wahnsinnig viele Ressourcen und erzeugt natürlich auch einen CO2-Abdruck. Obwohl wir das in Österreich nicht so richtig spüren oder nicht wahrhaben wollen, weil wir unsere Energie durchaus aus grüner Quellen erzeugen. Also hier sieht man Energieerzeugung aus verschiedenen Quellen. Und da sieht man auch, dass zum Beispiel in Österreich und in Norwegen das durchaus aus Wasserkraft kommt, beziehungsweise auch Windkraft. Aber wenn man Entwicklungsländer schaut, zum Beispiel Indien oder Irak oder Sri Lanka, dort sind das fossile Quellen. Also sie haben Erdöl, sie haben Kohle und daraus wird Strom gewonnen. Und ja, die werden auch ihre Smartphones haben und die werden eben dort aufgeladen aus nicht grünen Quellen. Und das wird mit zunehmender Entwicklung und zunehmender Digitalisierung ein richtiges Problem, weil in diesen Ländern Umweltschutz einfach kein Thema ist. Ja, weil die haben ganz andere essentielle Probleme. Ja, in Gesundheit, in Ernährung und so weiter und so fort. Und warum das auch ein Problem ist, wenn man sagt, ach ja, wir bauen einfach noch weitere, also Wasserkraftwerke und Windräder. So viel Platz haben wir nicht. Ja, so viel Platz braucht man und so viele Windräder braucht man, um ein AKW zu ersetzen. Und die letzte Thematik, die ich hier habe, ist die, also Verlust des Vertrauens, die wir in unserer ICT haben, in unsere Systeme. Da nur eine Anekdote, da haben die Ingenieure in einer Firma in den USA, haben sie die Spezifikation von einem Motherboard angeschaut, das ist in China produziert worden, haben alle Bauteile weggenommen, die in der Spezifikation waren und sind draufgekommen, aha, da ist was Rotes Kleines da. Das ist ins Traube gekommen, das ist so ein Chip und der hört einfach alles ab. Das heißt also, jetzt wird verschlüsselt, weil es das Zeug hält und das trägt dazu bei, dass man mehr Daten hat, mehr CPU braucht und so weiter und einfach wieder mehr Ressourcen und mehr Energie. Das heißt, die digitale Transformation ist ein wesentlicher Punkt in der Klimakrise. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für diese sehr kompakte Zusammenfassung eines riesengroßen Themas. Ich glaube, ganz wichtige Impulse waren da dabei. Wir werden mit den einzelnen Statements jetzt weiter fortfahren. Also wir werden die in einer Reihe bringen. Kleine Anregung im Chat kann man natürlich auch Fragen oder Anregungen einbringen, die man dann auch in der Diskussion weiternehmen können. Danke, Ivona Branditsch, für diesen Input. Ja, danke, Sibylla. Vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube, wir hatten uns ja geeinigt, dass wir dann die Fragen jetzt nicht nach jedem Impulse-Statement beantworten wollen, sondern eigentlich, dass wir Fragen sammeln und dann war eigentlich geplant, dass wenn es Fragen gibt, dass wir dann nach den drei Impulse-Statements gerne noch ein paar Minuten Zeit nehmen, um dass Fragen auch beantwortet werden können. Gut, ja, dann glaube ich, legen wir los mit den Impulse-Statements. Vielen Dank, Ivona. Das war ein toller Vortrag. Es ist, ja, man stellt sich das oft so einfach vor, aber wenn man dann genauer hinschaut, dann merkt man eben doch, dass da viele Dinge im Verstecken ablaufen, die man eben nicht mehr sieht, weil sie jetzt in der Cloud sind. Wir werden uns jetzt aber einem anderen Blickwinkel und einem anderen Thema zuwenden, das auch verknüpft ist mit Klima und Klimawandel. Und dazu möchte ich ganz herzlich Frau Prof. Wilma Achudulaki begrüßen. Wilma, darf ich dich bitten, deine Kamera einzuschalten, damit man dich sehen kann. Herzlich willkommen. Ich darf die Wilma kurz vorstellen. Sie ist Kunststofftechnikerin und arbeitet und lehrt am Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie. Und eine ihrer Forschungsschwerpunkte ist das Recycling von Thermoplasten, also von Plastik. Und viele Studierende wählen dieses Themengebietes Bachelor- und Masterarbeit, was sozusagen, sie sagt, ihr bestätigt, dass das gerade für die jüngeren Generationen ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ich glaube, die ganze Diskussion um Kunststoff und Plastik ist auch aus der Klimadebatte nicht wegzudenken. So, ich glaube, viel mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen. Ich übergebe an die Wilma und freue mich auf dein Impulsstatement. So, danke schön. Drum habe ich eigentlich auch sehr impulsiv wie weinde früh den Titel gewählt, warum die Welt dem Kunststoff den Krieg erklärt hat. Ich hoffe, man sieht eigentlich jetzt auch mit dem Bildschirm, oder? Oder auch nicht? Ist gut zu sehen, ja. Bin ich irgendwie nicht in der Präsentationsmodus-Variante, warum auch immer. Ich glaube, da müsstest du unten... Da muss ich noch einmal, warte. Aber jetzt sehe ich dich nicht mehr. Also den Bildschirm sehe ich nicht mehr. Ja, ja, aber irgendwie ich komme nicht im Präsentationsmodus. Warum? Unten rechts in der Fußzeile ist... Ja, mache ich eh, aber irgendwie... Ah, jetzt. Das hat ein bisschen ein Leck vielleicht. Okay, also warum die Welt dem Kunststoff den Krieg erklärt hat, das ist meine Aufgabe heute. Und dazu muss... Jetzt muss die Geschichte anfangen in den 70er Jahren. Sie sehen da Bilder aus den 70er Jahren, wo die Kunststoffe das Nonplusultra war. Plastik ist fantastisch, hat man damals gesagt. Zufälligerweise jetzt eine Tappauer-Werbung, ohne eigentlich Werbung jetzt für Tappauer machen zu wollen. Und das war eben die Welt in Hülle und Fülle. Wir haben überhaupt nicht damals nachgedacht über Nachhaltigkeit in diesem Sinne. Im Gegenteil, wir wollten eigentlich kurzlebige Produkte haben. Wir wollten eigentlich leben, ohne nachzudenken über irgendwelche Kreislaufgedanken. Und eigentlich wir wollten die Vorteile der Kunststoffe eigentlich haben. Also sprich, eben Kurzlebigkeit. Genau das Gegenteil. In der Zwischenzeit, also aus den 60er Jahren bis im 2020, haben wir ungefähr 20-fach mehr Kunststoffvolumen weltweit. Und es wird prognostiziert, dass wir eigentlich bis zu 2050 noch einmal eine 20-fache Steigerung haben werden. Nun, so stehen wir jetzt heute. Genau das, eigentlich das Gegenteil. Wir haben jetzt 360 Millionen Tonnen Kunststoffe, die hergestellt werden. und hier ist es eigentlich eine wissenschaftliche Publikation aus dem 2017, wo man eigentlich gut sehen kann, wo tatsächlich eigentlich der Müll auch landet, von all dem, was wir hier eigentlich produzieren. Und es gibt zehn Flüsse, also der Eintrag eigentlich von Müll in dem Meer kommt über Flüsse, also das ist nachgewiesen. und es gibt zehn Flüsse in dieser Welt, die eigentlich den meisten Mülleintrag bringen und von diesen zehn Flüssen acht sind in Asien und zwei sind in Afrika. Die zwei in Afrika ist Nil und Niger, die andere acht in Asien, tut mir leid, die haben wir nicht gemerkt. Auf jeden Fall ungefähr vier Prozent der weltweiten Produktion verursacht eigentlich eben diese Problematik mit der Vermüllung der Meere. Das ist die rechte Seite der Präsentation und die linke Seite der Präsentation ist, die Frage, die wir uns jetzt stellen, welchen Eintrag haben tatsächlich, welchen Beitrag haben Kunststoffe wirklich zum CO2-Fußabdruck, ist das korrekt, was eigentlich in den Medien gegeben wird, dass eigentlich eben Kunststoffe sehr großen Beitrag zu CO2-Emissionen bringen und wieso gibt es eigentlich so viele Verpackungen, das ist links unten. Eine aktuelle Meldung aus dem Bericht der Europäischen Umweltagentur, das war am 5. November, ich lese es vor, hat es gesagt, dass eigentlich die Corona-Pandemie hat in vielen europäischen Ländern die Luftqualität verbessert, weil weniger Auto gefahren wurde, Zitat original, jetzt auf der anderen Seite sei aber der Verbrauch von Einweg Kunststoff gestiegen, die Folge sei es ein Einstieg der Luftverschmutzung und der Treibhausemissionen sowie mehr Abfall. Also diese Frage jetzt der Luftverschmutzung und der Treibhausemissionen wollte ich ein bisschen nachgehen und deswegen habe ich hier einige Dinge selbst berechnet, also traue nicht eine Statistik, die du selbst nicht verfälscht hast, also die sind wirklich jetzt von mir die Daten, aus Daten aus dem Internet, durchschnittlicher Verbrauch zum Beispiel was man mit dem Auto fährt, durchschnittliche Österreicherinnen und Österreicher und Menschen die in Österreich leben, ich melde mich dazu, 2,66 Liter Benzin, das entspricht in Kilogramm 2 Kilo Benzin pro Tag, das ist nicht wenig. Wenn wir diese 2 Kilo Benzin pro Tag umrechnen in Polyethylen, das wäre, wenn man das eigentlich eben aus der Herstellung von Kunststoffen die Rechnung macht, dann entspricht das 1,33 Kilogramm Polyethylen und wenn ich das umrechne mit einem durchschnittlichen Gewicht von 14 Gramm pro Sackerl, entspricht ein Tagesfahrt von eben 38 Kilometer entsprechend 95 Sackerl pro Tag, also das wäre jetzt der Eintrag sozusagen von den Kunststoffen und ich vergleiche mit anderen Dingen, die wir eigentlich konsumieren, wir alle durchschnittlich verbrauchen wir 250 Gramm pro Tag Milch, 250 Tag pro Gramm Fleisch, ich will nur erinnern, dass 14 Prozent des CO2 Fußabdruckes weltweit ist eigentlich aufgrund eben vom Fleischkonsum, also es ist wirklich nicht wenig, vor allem die Rinder verursachen das und gegenübergestellt mit 260 Gramm pro Tag an Essen, was weggeschmissen wird, täglich. Diese 260 Gramm pro Tag müssen gegenübergestellt mit ungefähr 100 Gramm Kunststoffabfall pro Tag, die eigentlich die Kunststoffe ungefähr 40 Prozent aller Kunststoffe werden für Verpackungen verwendet. Das heißt eigentlich der Kunststoffabfall, das wir da sehen, entspricht eigentlich den Verpackungsabfall, um eigentlich dieses höchstwahrscheinlich verpacktes Essen, was wir weggeschmissen haben, zu verpacken. Das heißt, zusammengefasst 29 Tage fahren entspricht dem Kunststoffverbrauch Abfall von einem Jahr und aus einer anderen Publikation von Denkstadt kommt raus, dass ein Flug Wien, Barcelona, Wien entspricht fünf Jahre Kunststoffverbrauch und ein Flug Berlin, Thailand und zurück entspricht 30 Jahre Kunststoffverbrauch. Entschuldigung. Also das heißt, wir sehen auch hier in dem rechten Bild, dass tatsächlich eigentlich andere die Verursacher sind und mit ein Prozent circa am CO2-Fußabdruck mit den Kunststoffen eigentlich abdecken. Das heißt, wir sollten die Verursacher woanders finden und diese Anmerkung da eben von der Europäischen Umweltagentur, dass die Folge ist der Anstieg der Luftverschmutzung und der Treibhausgasemissionen will ich jetzt mit diesen Fakten hoffe ich widerlegt haben. Wieso haben wir Verpackungen? Das war auch die Frage. Wir brauchen Verpackungen, damit wir eigentlich unser Essen schützen und es ist auch umgerechnet worden, dass ungefähr, das habe ich auch da dargestellt in dieser Präsentation, dass die Nahrung einen viel höheren CO2-Footprint hat als die Verpackung. Das heißt eben, ob es Fleisch ist oder Düngemittel müssen auch damit mitberechnet werden. Und hier in dieser Folie sind jetzt verschiedene Publikationen zusammengefasst. Also das auf der einen Seite um wie viel verlängere ich eigentlich das Leben eines Lebensmittels und um wie viel weniger Abfälle sozusagen auch dadurch verursacht werden. Und Gurke ist das beste Beispiel. Das wird sehr oft publiziert, das ist das Krankhandparadoxon. Also mit Hilfe einer Folie schaffe ich eine Gurke von neun Tagen auf 15 Tagen länger im Leben zu halten zu halten im Kühlschrank und bis zur Hälfte eigentlich von 10% Abfall auf 4% Abfall zu bringen. Paprikas eben auch und eigentlich am besten ist das Beispiel am Fleisch. Also von vier Tagen auf 30 Tagen kann ich eigentlich das Leben vom Fleisch verlängern. Und deshalb haben wir die Verpackungen. Also Verpackungen sind eigentlich nicht als Selbstzweck da, sondern damit wir eigentlich unsere Lebensmittel schützen und die nicht wegzuschmeißen. Während am Anfang der Corona-Pandemie, das habe ich selbst fotografiert, es gab dieses Paradox und da diese tätowierte Kurken, die nenne ich, also die sind laser gravierte Kurken, damit man quasi keinen Kunststoff verwendet. Ich hoffe, man sieht eigentlich diese Tätowierung hier in dem Bild. Ich muss ehrlich gestehen, also da muss ich schon sagen, das ist ein Schwachsinn. Prinzipiell ist es so, ich will aber auch die Kunststoffindustrie jetzt nicht in Schutz nehmen. Wir haben jahrzehntelang nur an der Gewichtsreduktion, an Maximierung der Eigenschaften der Verpackungen eigentlich überlegt und tatsächlich eigentlich nur im linearen Verlauf eigentlich Gedanken gemacht, also das heißt nur Deponie oder Exporte nach Asien und sonst keine Gedanken über den Kreislauf gemacht, das fällt jetzt der Kunststoffindustrie total auf den Kopf, das muss man sagen und wenn man die Zahlen jetzt sieht, tatsächlich wie viele Abfälle sind, dann ist es wirklich schrecklich. Also wir haben ungefähr weltweit pro Jahr 360 Millionen Tonnen, davon werden ungefähr 70%, also 173 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle gesammelt, das ist einmal gut, aber wir haben 25% illegal, wo es eigentlich in wilden Deponien sozusagen gegeben wird, ich weiß die österreichische Zahl nicht, ich weiß, dass vorige Woche zufälligerweise gehört, aber England gibt an, dass eigentlich der meiste Anteil an illegal Kunststoffabfall wird in der Türkei und in den Philippinen weitergeschickt, also die Transportwege muss man auch überlegen und circa 5% von diesen 360 Millionen Tonnen Kunststoff sind quasi Leckage, also die sind achtlos weggeworfen, das entspricht eigentlich eben diese 5%, was wir im ersten Bild gesehen haben, das ist eigentlich über Flüsse dann eigentlich in der Umwelt respektive dann ins Wasser landet, das eigentlich eben unter anderem Mikroplastik verursacht. Das heißt für mich jetzt zurück zu der Frage, wieso ist der Krieg erklärt worden, dann nehme ich eigentlich auch den flachen Journalismus jetzt ein bisschen im Spiel, weil es ist natürlich viel einfacher solche Bilder zu zeigen mit achtlosen weggeworfenen Müll und es ist auch viel einfacher Bilder zu zeigen von armen Tieren im Meer, die eigentlich an Kunststoff Strohhalme verenden, weil es ist greifbar, es tut uns weh und es ist viel einfacher das darzustellen, als im Gegenteil eine nicht bebildbare Wahrheit zu zeigen, dass wir eben CO2 Ausstosse sehr hohe haben und deswegen ist diese Veränderung jetzt, anstatt über das Klima zu reden, redet man sehr gerne über Kunststoffe und diese Problematik, also anstatt eigentlich die Kunststoffe nicht mit dem Klima, sondern mit dem Müllproblem eigentlich zu diskutieren, diskutiert man eigentlich, dass Kunststoffe eigentlich einen negativen Beitrag für die Klimaproblematik beibringen. Also wir haben eindeutige Müllprobleme, ich habe Ihnen noch drei Zahlen hier gebracht, also pro Jahr brauchen wir 3,9 Milliarden Stück Aluminiumverpackung im Sinne von Dosen in Deutschland, ich habe Deutschlandzahlen leider Gottes und keine österreichischen, 3 Millionen Stück To-Go Einwegbecher für Kaffee und 24 Milliarden Stück PET-Flaschen, also wir sprechen von unglaublichen Mengen, die aber eigentlich unabhängig von der Verpackung sind. Es ist egal, ob es Kunststoff ist oder Aluminium oder Papierbecher, es ist unser Lebensstil, das unser Problem macht, das ist das Problem Nummer eins und das Problem Nummer zwei jetzt ist aus meiner Sicht die Kreislaufwirtschaft bei den Kunststoffen ist eben nicht gelöst. Wir haben verschiedene Sammelsysteme, wir haben Pfandsysteme, wir haben eine sehr große Konkurrenz mit Verbrennung, also das werden, Dänemark ist hier dargestellt, dass sehr dunkel, hat Überkapazitäten an Müllverbrennungsanlagen und deswegen wird munter eigentlich Müll, Kunststoffmüll, quer durch Europa transportiert. Das heißt, und das ist mein Schlusspunkt, das ist unsere Verantwortung als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und unsere Zielgruppen ist es so groß, wir müssen eigentlich mit denen diskutieren, dass wir im Spannungsfeld sind zwischen nicht erfüllten Zielen in puncto Kreislaufwirtschaft, eine Frage, ob wir Konsumenten überhaupt solche Hightech-Verpackungen brauchen und wie wir Konsumenten, da bin ich jetzt anderer Meinung als die Frau Brandi, wir müssen uns, die Konsumentinnen und Konsumenten in der Pflicht nehmen, damit wir unseren Gesellschaftsstil nachdenken und reflektieren, ob wir mit dem weiter noch so leben können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Wilma. Sehr spannend. Ich glaube, das ist auch durchaus provokativ, was du gesagt hast. Das war so gedacht, ja. Genau, sehr gut. Ja, wunderbar. Dann übergebe ich gleich an die Sibylla und wir folgen gleich mit dem zweiten Impuls der Helden. Ja, Dankeschön. Man hat das schon gesehen im Chat, das hat auch schon viele angeregt, Fragen reinzubringen. Vielleicht können wir die dann auch noch kurz ansprechen nachher. Ja, jetzt begrüße ich ganz herzlich Amela Arjanovic und bitte den Screen einzuschalten, den Bildschirm einzuschalten. Herzlich willkommen. Amela Arjanovic ist Assistenzprofessorin und Privatdozentin am Institut für Energiesysteme und elektrische Antriebe der TU Wien, also wieder ganz ein anderer Fachbereich, aber man hat schon Querbezüge bei den bisherigen Referentinnen gehört. Sie hat an der TU Wien Elektrotechnik studiert, im Fachgebiet Energiewirtschaft promoviert, Forschungsschwerpunkt in den letzten zehn Jahren Energiewirtschaft im Verkehr, alternative Kraftstoffe, Antriebe, vor allem Elektromobilität, Wasserstoff, energiepolitische Strategien und Umweltaspekte im Verkehrsbereich und eben auch langfristige Szenarien in Richtung nachhaltige Transportsysteme. Bitte um das Impulsstatement. Dankeschön. Es freut mich sehr, an dieser Veranstaltung Zeit nehmen zu dürfen. Wie Sie gesagt haben, arbeite ich am Institut für Energiesysteme und Elektrische Antriebe in der Energy Economist Group und die Umweltaspekte der Energienutzung sind fast immer direkt oder indirekt Teil unserer Forschung. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Fragestellungen entlang der gesamten Energieversorgungskette von Primärenergie bis zu verschiedenen Energiedienstleitungen. Mein Forschungsschwerpunkt ist Verkehr. Im Fokus meiner wissenschaftlichen Arbeit steht die energetische, ökonomische und ökologische Bewertung nachhaltiger Antriebstechnologien und alternative Energieträger. Aber blicken wir zuerst kurz zurück. Über Tausende von Jahren basierte die menschliche Mobilität und der Transport von Gutern ausschließlich auf erneuerbare nicht-kommerzielle Energie. von zentraler Bedeutung für die Entwicklung des Handels war die Windkraft für Segelschiffe. Erst vor etwa 200 Jahren leitet die Erfindung der Dampfmaschine die auf fossile energiebasierende Mobilität hin und daran hat sie wie heute nicht sehr viel geändert. weltweit ist immer noch mehr als 90% des Transports vor allem von Erdohol abhängig. Leider durch die Verbrennung fossiler Energieträger vor allem im Transportsektor würde der Klimawandel in den letzten Jahrzehnten sehr beschleunigen. Der Verkehr produziert etwa ein Viertel aller energiebedingten CO2 Emissionen, die meisten davon entstehen im Straßenverkehr und steigen viel schneller als in anderen Sektoren. Nach dem derzeitigen Trend werden die Emissionen weiter stark steigen und um eine solche Entwicklung zu verhindern ist eine globale Dekarbotsierung des Transportsektors notwendig. Im Grunde genommen innovative Forschung im Bereich der Fahrzeugtechnologien kann zur Reduktion von Treibhausgasen beitragen. Das Ziel ist es, umweltfreundliche und emissionarme Mobilität zu haben, die auch leistbar und bequem ist. Unsere Aufgabe dabei ist, optimale und robuste Pfade zu einer nachhaltigen Entwicklung des Verkehrs aufzuzeigen. Mit Hilfe energiewirtschaftlichen Modelle können die zukünftige kurz- aber auch langfristige Auswirkungen energiepolitische Maßnahmen analysieren. Zur Verminderung der Emissionen im Transportsektor ist eine Steigerung der Energieeffizienz der Fahrzeuge sowie eine schnellere Marktdruckdringung Alternative Kraftstoffe und Antriebssysteme von zentraler Bedeutung. Weiter ist es wichtig, die eigene Forschung zu publizieren und mit internationalen Experten auszutauschen sowie die wichtigste Erkenntnisse klar und deutlich an ein breiteres Publikum zu vermitteln. Um den Klimawandel unter Kontrolle zu bekommen, ist es wichtig, verschiedene Aktore an Bord zu haben. Wissenschaftler, die in Lage sind, hocheffiziente und umweltfreundliche Technologien zu entwickeln und nachhaltige Entwicklungspfade aufzuzeigen. Politiker, die Lösungen, die zu wenige Emissionen führen, unterstützen, aber auch eine aufgeklärte Bevölkerung, die bereit ist, neue Technologien zu nutzen und das eigenes Verhalten Verhalten zu ändern. Die Wissenschaft muss die beste Alternative zum derzeitigen Energie- und Verkehrsproblem identifizieren und die Erkenntnisse vertrauenswürdig vermitteln. Da bei klimapolitischen Entscheidungen auch die gesellschaftlichen Auswirkungen mit zu bedenken sind, organisiere ich gemeinsam mit anderen Kollegen der TU Wien, aber auch andere Wiener Hochschulen die Mosaik-Lehrveranstaltung Lectures for Future. Diese Lernveranstaltung ist eine interdisziplinäre Plattform für Lehren und Lernen. Mit dieser Vortragsreihe wollen wir wissenschaftliche Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen und sich daraus ergebende Handlungsmöglichkeiten zur Bekämpfung der Klimakrise einer breiten Palette an Studierenden zugänglich machen. Die Vorträge behandeln neben technischen Lösungsmöglichkeiten auch rechtliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte, eigentlich alle Aspekte, die für einen effektiven Klimaschutz wesentlich sind. Und die TU Wien unterstützt diese Mosaik-Lehrveranstaltung. Aber insgesamt müssen die Universitäten geeignete Rahmenbedingungen erschaffen, um Studierende für Klima- und Umweltprobleme zu sensibilisieren, damit sie zukünftig auch in ihrer Arbeit die entsprechende Verantwortung tragen können. Vielen Dank. Herzlichen Dank für diesen Impuls auch aus dem Bereich der Verkehrswissenschaft, ein ganz wichtiger Anteil aber der Verkehr an der CO2 Mission Klimawandel und Mobilität. Ja, wir werden jetzt zum vierten Impuls kommen von Jakob Lederer. Philipp, du wirst deinen Kollegen vorstellen. Ja, genau, also ich glaube, das ist das dritte Impuls Statement, wenn man jetzt die Einleitung als Überleitung betrachtet, aber auf jeden Fall unser vierter Vortrag heute. Wir werden hören Gedanken von Dr. Jakob Lederer. Ich darf ihn kurz vorstellen. Er ist Postdoc am Institut für Wassergüte und Ressourcen Management und dem Institut für Verfahrenstechnik, Technik und Technische Biowissenschaften und leitet unter anderem das WWTF-Projekt Translog, welches sich unter anderem die Frage stellt, welcher Verbrauch an Rohstoffen und Anfall an Abfällen mit der Transformation hin zu einer Low-Carbon City in Wien einhergeht. Herr Dr. Lederer, ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Ich freue mich sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und übergebe das Wort an Sie, bitte. Hallo, können Sie mich hören? Ja, etwas abgehakt, aber es... Können Sie mich hören? Jetzt geht's, glaube ich. Ja, wir sind nämlich ein bisschen zu spät dran, was in Zeiten von Corona dazu führt, dass ich nicht mehr vor meinem Computer sitze, sondern vom Kindergarten meines Sohnes stehe. Aus diesem Grund werde ich jetzt auch mit gutem Beispiel vorangehen und keine Präsentation halten, das heißt, weniger streamen. Mein Video kann ich jetzt auch ausschalten, weil jetzt hole ich meinen Sohn ab und ja, ich werde daneben ein bisschen was erzählen, ja? Gerne, bitte. Das ist großartig. Also, ich versuche das gleichzeitig zu machen. Mein Kurz, muss man umschutzen. Hallo, ich habe eine Flasche mit, eine Kauflasche. Was will gut? Ich muss mich ein bisschen tranquillieren, damit ich dir jetzt ein bisschen was erzählen kann. Ciao. und dann kommen wir home. So. Gut. Sie haben zwei kleine Paradoxen, Interventionen. Ich bin eigentlich Bauernschule und nachhaltiges Bauen und Abfälle aus dem Bauwesen, Ressourcenverbrauch im Bauwesen und weniger mit dieser ganzen Energiefrage und Treibhausgasemissionen, die jetzt im Betrieb eines Gebäudes entstehen. Das ist aber das riesengroße Thema und Städte wie Wien haben deswegen auch die Smart City Rahmenstrategie ins Leben gerufen, was eine verbindliche Ziele sind, wie welche Mengen an Treibhausgasemissionen reduziert werden sollen in Wien in den nächsten Jahren bis 2050. Gut. Das geht relativ einfach. Ich kann zum Beispiel hergehen und kann die ganzen alten Gebäude, die schlecht wärmegedämmt sind, kann ich abreißen, überall irgendwelche neuen Passivhäuser hinstellen. Damit reduziere ich meinen Energieverbrauch massiv. Die Wiener waren aber gescheit, weil die haben nachher gesehen, so geht das auch nicht. Da brauchen wir Unmengen an Ressourcen dafür. Deswegen haben sie zusätzlich zur Reduktion der Treibhausgasemissionen auch sich ... ... Herr Liederrebel, hören Sie jetzt nicht mehr... ... ... Gibt es daran nicht wirklich eine Vorstellung einerseits wie hoch heute der Ressourcenverbrauch ist in Wien und andererseits wie man den überhaupt reduzieren kann und auf welche Menge. Und das ist dann etwas, wo ich auch die Verantwortung für uns als Wissenschaftler ist. Herr Liederrebel, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Wir haben jetzt circa 20 Sekunden nichts gehört. Ich glaube, wenn Sie noch einmal einhaken wollen, Sie haben da, glaube ich, geredet, man könnte jetzt alle Gebäude mit Passivhäusern austauschen. Aber die Stadt Wien hat sich etwas anderes überlegt, weil es zu viele Ressourcen verbraucht. Vielleicht könnten Sie da noch einmal einhaken. Genau, es ist natürlich nicht nur Dreifassgas Emissionen verbrauchen, sondern auch den Verbrauchern, also Dreifassgas Emissionen reduzieren, sondern auch den Verbrauchern bei Rohstoffen und Materialien. Und da gibt es aber, ja, da gibt es aber sehr wenige Informationen darüber, wie hoch der Ressourcenverbrauch heute ist, ja, und wie hoch er und wie er reduziert werden kann auf diese Zielsetzung von minus 15 Prozent materiellen Ressourcen verbraucht, ja, und da sehe ich dann die Verantwortung, als Wissenschaftler habe ich für mich gesehen, naja, wenn es diese Information noch nicht gibt, ja, dann machen wir halt ein Forschungsprojekt und dann rechnen wir sie halt, ja, und das Ergebnis ist jetzt klar, wir verbrauchen sehr viele Ressourcen pro Einwohner und den Großteil verbrauchen wir im Bausekte für Gebäude und Infrastruktur U-Bahn und Straßen und dergleichen, ja, aber vielmehr für Gebäude, gut, das wissen wir jetzt mal, das Zweite, was wir jetzt wissen und das ist halt etwas, wo ich ein bisschen anecke, mit welchen Maßnahmen können wir diesen Ressourcenverbrauch reduzieren und im Endeffekt habe ich mir das angeschaut im Gebäudebereich und da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, Wiederverwendung und das hören viele nicht gerne, spielt eine ganz kleine Rolle, Wiederverwendung von Bauteilen, Recycling spielt eine größere Rolle, aber wird das auch allein nicht schaffen, ja, das Wichtigste ist, dass wir alte Gebäude nicht abbrechen und das ist jetzt meine zweite Message, das haben viele nicht gerne gehört, die die gerne wiederverwenden und die die gerne Gebäude abbrechen, die hören das alle nicht so gern, ja, und das ist halt die zweite Verantwortung, dass man den Entscheidungsträgern, den Stakeholden in Unternehmen auch so Dinge sagt, die sie ja nicht so gern hören, dadurch wird man nicht populär, aber ich glaube, es ist gescheiter, man sagt den Leuten die Wahrheit, als man sagt ihnen dann ein Jahr bevor es zu spät ist, tut mir leid, jetzt wird das Ziel einfach nicht erreichen. Gut, und damit schließe ich jetzt. Ja, besten Dank, Herr Lederer, für diesen Impuls wirklich draußen, von draußen herein, the greenest brick is the one in the wall, nehme ich da sozusagen, da ein bisschen Wind, green ist gar nichts, aber der gebaute Ziegel sozusagen und eben auch, wie geht man im Neubau dann gut damit um. Ja, ganz herzlichen Dank, ich weiß nicht, ob Sie dann noch drinnen bleiben können oder jetzt Ihren mit den Kindern unterwegs sein werden, aber vielleicht hören wir uns noch im Laufe des Nachmittags wieder. Danke, Morten. Ja, jetzt hatten wir vier Impulse, eine Überleitung vom gestrigen Tag, drei Impulse aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. im Chat ist es auch schon recht lebendig zugegangen, war schon ziemlich viel los und die Referentinnen haben sich da zum Teil auch schon mit eingeschaltet. Vielleicht können wir, Philipp, wie siehst du das, können wir noch ein paar Fragen da aus dem Chat mit herein holen und kurzes Feedback. Geht sich das noch aus? Denke ich schon, ich glaube, wir liegen ganz gut. Noch gut in der Zeit, also ich denke, ein oder zwei Fragen könnten wir sicher aufgreifen. Genau. Jetzt einfach, weiß ich nicht, magst du eine auswählen, wenn ich eine ausgemacht was oder wie soll man es machen? Vielleicht fangen jetzt mal an, da war eine Frage, weil ein Teil ist schon im Chat beantwortet worden, aber zum Thema der Informationstechnologien und deren Energieverbrauch war die Frage, ob nicht die Informationstechnologien dann eben andere Verbraucher, andere Verbräuche substituieren, also zum Beispiel die Luftfahrt, also dass das weniger Flüge sind und so. Gibt es dazu Forschungsergebnisse oder ist das ein bisschen? Das ist eine schon sehr interessante Frage, weil es wird wieder geflogen, es werden aber mehr Konferenzen gemacht, Telekonferenzen. Es ist, ich habe jetzt auch ein paar Papers gewesen, es ist, ja, in Österreich versucht man irgendwie auch zu konservieren, es wird sich aber ändern, die Leute werden weniger fliegen, weil sie einfach drauf kommen, naja, das ist eigentlich eh glücklich, was wir hier machen, ich muss jetzt nicht für alles hin und her fliegen. Also diese Langzeitstudien gibt es im Moment nicht, also ich wüsste nicht von welche, also bin aber gerne da, wenn jemand von der TU Wien das aus dem Bereich der Luftfahrt oder sonst, wenn da quantitative Werte irgendwo sind, bin gerne dabei, das zu untersuchen. Ja, na, wäre sicher spannend auch, in der Raumplanung hatten wir immer gedacht, wenn man den, also um die Pendleraufkommen zu reduzieren, dass man Autobahnen in den peripheren Regionen bauen müsste, tatsächlich sind noch mehr Leute mit dem Auto gefahren und das mit dem Teleworking hat sich schon seit den 80er Jahren sozusagen nicht so wirklich realisiert, vielleicht ist auch ein Thema der Rebound-Effekte, das gehört natürlich wissenschaftlich untersucht, auch quantitativ, ich habe im Moment keine Zahlen, keiner kann auch sagen, ja, okay, weniger fliegen, aber dafür mehr Telekonferenzen, aber dafür sind auch andere Formen von Streaming gekommen, man schaut halt viel Netflix, man telefoniert sehr viel online, meine Tochter kommuniziert schon mit den Kindergartenfreunden, die haben schon eigene Sessions, das machen, ja, also, ja, wir sind noch am Anfang. Okay, danke schön. Wir sind das noch entwickelt. Philipp, was ist dir für eine Frage oder Fragenkomplex? Ja, also, ich finde, also, was ich ganz interessant finde, das spielt jetzt wahrscheinlich in viele von diesen Impuls-Statements hinein, ist auch eine Frage, die im Chat aufgekommen ist, die ich sehr spannend finde, ist eigentlich, also, da war ein Beitrag, da hat es geheißen, wir sind eigentlich bei einem wichtigen Thema, die Überinnovation, das heißt, was ist eigentlich mit den Sachen, die wir schon haben, was ist auch mit der, mit der Wartung von neuen Dingen, also, ist Neuer immer besser oder halt, wie der Herr Lederer auch gesagt hat, eigentlich heißt, dass man sollte alte Gebäude nicht abbrechen, das kann man wahrscheinlich auf viele Dinge umlegen, die man, die man sozusagen in unserer Umwelt halt vorfindet, ich weiß nicht, der da jetzt, also, das geht jetzt in alle Bereiche hinein, ich glaube, der Herr Lederer wäre da vielleicht eigentlich der beste Ansprechpartner, aber natürlich kann jeder dazu das Wort ergreifen von den, von den Impulsgebern und Geberinnen. Ich glaube, der Kollege Lederer hört uns vielleicht momentan nicht. das kann sein, genau. Also, es ist, ich höre Sie schon, also, Sie hören uns sehr wunderbar. Soll ich jetzt was sagen, oder nicht? Ach so. Ja, gerne, bitte, bitte, bitte darum, ja. Okay, was war denn nochmal konkret jetzt die Frage? Naja, es war eigentlich auf den Aspekt, auf den Sie auch hingewiesen haben, also, man sollte alte Gebäude nicht abbrechen, ich meine, das kann man ja auf viele Aspekte in unserer Gesellschaft und unserem Konsumverhalten umgehen. Ich meine, vielleicht können Sie da noch ein bisschen weiter ausführen. Ja, ja, vor allem, da muss man auch ein bisschen differenzieren, ja, weil ein Gebäude ist halt was anderes, ja, wie ein Handy oder wie ein T-Shirt oder irgend so, ja, und grundsätzlich ist es besonders, dass bei den meisten Dingen eine Verlängerung der Lebensdauer eigentlich ökologische Vorteile bringt, ja. Es ist aber so, dass bei Gebäuden ist es halt ganz massiv, einfach deswegen, weil ein Gebäude steht meistens schon sehr lange und ein Gebäude ist halt, ja, mit einem unglaublichen Ressourcenbedarf verbunden, wenn man nichts neu errichtet, auch mit Treibhausgasemissionen. Schauen Sie sich an, woraus die Gebäude gebaut werden. Das ist Steilbeton und Steilbeton hat einen sehr hohen CO2-Aktur, ja. Und, ja, Textilien auch, da wäre es auch total wichtig, viel länger zu tragen, ja. Ein Argument immer dagegen ist dieses Ökonomische. Ja, wenn wir nichts mehr neu produzieren, dann verlieren halt die Leute Jobs, ja. Ich bin jetzt kein Ökonom und traue jetzt Ökonominnen und Ökonomen da in der Runde, ob die da vielleicht ein bisschen was dazu wissen oder vielleicht meine Hypothese da jetzt ein bisschen widerlegen, aber ich würde jetzt mal behaupten, ja, dass wenn ich jetzt hergehe und Gebäude halt nicht abreißen und neu baue, sondern halt laufend auf neuesten Stand halte und gut zorniere, dass ich dann mindestens gleich viel Jobs schaffe und mindestens gleich viel Wert schöpfen, als wie wenn ich es eben abreiße und neu baue, ja. Warten genau, vielleicht kann das jemand beantworten. Ja, also ich kann mir es gut vorstellen, dass es in diese Richtung gehen könnte. Ja. Ich glaube jetzt, der Wilmer hat sich auch dazu einbringen wollen. Ich wollte, bevor es eine peinliche Pause ist, aber prinzipiell, die Grundsätze sind Reduce, Reuse und dann Recycle. Also daran glaube ich. Also man sollte eigentlich prinzipiell versuchen, etwas zu reparieren, aber es ist auch im Züge der WE, also der Elektronik Recycling Problematik auch aufgetaucht und es ist so, dass Reparieren von einer alten Waschmaschine ist, um einiges teurer als eine neue zu kaufen, auch aufgrund dieses Abholen, wieder zurück und dann wieder Reparieren und so weiter und so fort. Ja, also das ist eben leider Gottes eben die Problematik, dass es in einem Jahr die Waschmaschine viel besser ist oder jede Kaffeemaschine kann fliegen, ja, und deswegen wird sie auch nicht repariert. Also wir sind mit der Elektronik, das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Da muss ich ja ganz mit der Elektronik müde. Entschuldigung, wenn ich kurz einhacke, aber muss eine Kaffeemaschine fliegen können? Na, das habe ich ja genau ironisch gemeint, das war ja genau mein Eintrag. Genau das ist das. Weil in meiner Kaffeemaschine man hat immer noch einen Kaffee, ja? Aber schauen Sie, wie die alle mit Handys umgehen. Ich war mal bei einem Recyclingunternehmer nach diesem, die machen diese Weihnachtsaktion von mir drei, dass die Handys sammeln. Und da war ich knapp nach Weihnachten bei diesem Recycler, diese Telefone, das war ein Riesenberg in einem Raum und alle Handys dort, die waren neu als meines, ja? Die eigentlich in dieser Ö3-Tüte waren und dann auch noch dazu, es hat geklingelt. Und ich habe mir gedacht, das kann jetzt nicht sein. Der Betreiber von diesem Recycler hatte zu mir gesagt, ja, ja, viele schicken, geben Sie es einfach mit SIM-Karten rein. und dann frage ich mich jetzt wirklich, in welchen Konsumgesellschaft leben wir? Wie verrückt ist unsere Welt, ja? Ja. Wenn ich da noch kurz, Entschuldigung, Bitte, passt schon. Herr Leder. Ich glaube, wir haben ein weiteres Dilemma, ich kann mich ganz groß halten, auch mit dieser Konsumgesellschaft. Wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen, also sage ich jetzt, wenn ich in neuen Kunststoffen forsche oder im einen Fall, wenn ich im Bereich Apfelwirtschaft forsche, im Endeffekt muss ich ja eigentlich zwangsläufig, um nachhaltiges produzieren zu können, auch wissenschaftlich, an meinem eigenen Ast zu sägen. Ja, weil mein Ziel muss es eigentlich sein, dass wir sowas wie Apfelwirtschaft nicht mehr brauchen, ja? Und ich glaube, wenn ich jetzt in der Forschung von Kunststoffenproduktion tätig bin, habe ich genau das gleiche Dilemma, ja? Weil die Kunststoffe haben doch sehr viele negatische Effekte haben, ja? Im vergleichsamen Materialien. Und das ist halt schon auch ein bisschen ein Dilemma, wie geht man damit um, dass man eigentlich etwas zu einem System beitragen müsste, dass eine selber Eingriff oder die eigene Tätigkeit abschafft. Und das jetzt eher als Fragestone wird. Nein, also das sehe ich nicht so. Im Gegenteil, gerade jetzt, gerade in der Kunststoffforschung, wo eigentlich alle Leute aufgrund dieser Klimakrise plötzlich alle das nicht studieren wollen, genau da sehe ich eigentlich eben den Punkt, weil ich meine, gerade dann muss man, wir haben so viel Forschungsbedarf eben im Resiklat, dass eigentlich ich mir keine Sorgen mache. also ich säge nicht in meinen eigenen Ast, das glaube ich nicht. Und Kunststoffe ist nicht nur Verpackung, also es gibt andere Dinge. Also da machen wir ehrlich gesagt nicht Sorgen. Und ganz ehrlich, wenn wir Probleme lösen, dann sollten wir auch mit, im Krieg muss man mit Opfer rechnen. Also da habe ich auch kein Problem damit. Also wenn ich zu Opfern falle, das sollte dann auch sein. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Das ist eine wichtige Frage, die aufgeworfen wurde, nämlich eigentlich geht es darum, was heißt das für die wissenschaftliche Praxis, wenn wir die Fragen stellen, die mit der Klimakrise zu tun haben. Was heißt das für uns in der wissenschaftlichen Praxis und was heißt das für eine TU und wie geht man damit um? Also das ist genau, sind wir eigentlich genau beim Thema des heutigen Tages und vielleicht zum Abschluss jetzt von dieser Session darf ich vielleicht noch Kollegin Arjanovic bitten, ein bisschen zu teilen, was geht ihr durch den Kopf jetzt mit diesen Diskussionen und dann zum Schluss vielleicht nochmal Ivona Branditsch. Das ist leider, wir leben in einer Konsumwegwerfgesellschaft und es ist so. Wie ich gesagt habe, vorher unsere Verantwortung als Wirtschaft, da ist wirklich zu schauen, welche Losungen haben wir, aber auch aus einer gesellschaftlichen Sicht komplett alles zu schauen und was wichtig ist, ist eigentlich, dass Universitäten uns Rahmenbedingungen geben dafür, dass wir Studierende schon Studierende sensibilieren können, weil es ist viel leichter bei Studierenden diese Verhalten zu ändern als bei Erwachsenen und älteren Personen. Was ich hier als einen wichtigen Punkt sehe, also es gibt viele Krisen, ja, welche viele Krisen, oft sind die Krisen, werden bekämpft im Rahmen von einem Land, und also die USA setzt sich dafür ein oder die EU setzt sich dafür ein, aber gerade bei der Klimakrise sehen wir, es ist extrem global, es trifft uns alle und wir können zwar lokal handeln, aber die Effekte sind sehr global. Das heißt, die Frage ist, wie kann man Dinge ändern, die ganz, ganz schlimm sind, zum Beispiel in Entwicklungsländern, aber auf die wir wenig Einfluss haben, also sich Gedanken darüber machen, wie kann Wissenschaft hier helfen, vielleicht neue Best Practices zu etablieren, neue Vorgehensweise zu etablieren. Also wir sehen jetzt in der Pandemie, wie wichtig eigentlich dieser Zusammenschluss ist und weltweites Handeln und ja, völlig andere Vorgehensweise, als man es eigentlich aus diesen nationalen Staaten und Handlungen kennt. Und da, einfach da weiterzudenken, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Ja, herzlichen Dank, ja, weiterzudenken, das werden wir noch in den nächsten beiden Stunden dann machen. Jetzt möchte mich einmal ganz herzlich bedanken bei den Impulsgeberinnen des heutigen Nachmittags. Kollegin Arjanovic, Jakob Lederer, Wilma Archidopolis und Ivona Branditsch. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie sich eingebracht haben und dass wir uns dann auch wieder sehen in der, in den folgenden Breakout Sessions und dann in der Schlussrunde, hoffe ich. Es sind viele Punkte angesprochen, genau an dem Thema heute. Was heißt, bedeutet, verantwortliches Handeln in der Klimakrise für die wissenschaftliche Praxis? Und wir würden jetzt in eine Pause gehen. Philipp, die 5-Minuten-Pause ist das, also in Biopause, 16.15 Uhr heißt das dann. Nein, doch, ja, richtig, wir sind richtig, 16.15 Uhr. 16.15 Uhr, 16.15 Uhr, sind wir wieder hier im Plenum und dann machen wir die Einführung wieder in den Diskussionsrunden. Genau, das heißt, bitte gehen Sie nicht weg, wir werden kurz die Kameras und die Mikrofone ausschalten, sind in 5 Minuten aber wieder zurück. Also bitte, bitte da bleiben, nur einfach auf Hause schalten, genau. Bis gleich dann. Bis gleich, ja. So, wir sind zurück. So, hoffentlich wieder alle gut im virtuellen Raum angekommen. Wir starten jetzt in den, in den zweiten, in den zweiten Block des heutigen Nachmittags. in die Diskussion in Kleingruppen zu dem Thema, zu den beiden Fragen, die hier noch einmal eingeblendet worden sind. Was heißt Klimakrise für unsere Verantwortung als Wissenschaftlerinnen? Was heißt sie für die Verantwortung der TU? Welche Rolle, Aufgabe hat hier auch die TU zu übernehmen als öffentliche Universität? Wir werden diese Arbeit in sogenannten Breakout-Sessions machen. Das heißt, wir werden jetzt einzelnen Arbeitsgruppen zugeteilt werden. Diese Gruppen werden moderiert, danke da auch im Vorhinein den Moderatorinnen, die das übernommen haben und die Diskussion zu diesen beiden Fragen in den Sessions leiten werden. Da werden wir ganz bunt zusammengemischt werden. Also ich bin schon gespannt, wenn wir da kennenlernen aus ganz unterschiedlichen Fakultäten oder unterschiedlichen Reinrichtungen unserer Universität. Frage an die Technik. Wir sind noch ein bisschen verspätet und können wir die Sessions auf 25 Minuten konzentrieren oder ist das jetzt ein bisschen knapp schon. Frage an kein Problem, sagt Lina. Also wir werden jetzt 25 Minuten Zeit für die Diskussion haben. Ich hoffe, das kommt jeder dann auch zu Wort. Stellen Sie sich kurz vor in den Sessions, aus welcher Fakultät Sie kommen, aus welchem Bereich und dann diskutieren Sie zu diesen beiden Fragen. Bitte schön. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse, die wir dann in die dritte Runde, in die Podiumsdiskussion einspielen werden, aber davor treffen wir uns dann alle wiederum im Plenum. Habe ich was vergessen zu erwähnen? Ich glaube nicht. Diese Diskussionen werden natürlich nicht aufgezeichnet. Das ist vielleicht noch mal wichtig zu erwähnen. Das heißt, du solltest deine Aufzeichnung jetzt wieder anhalten. Ja, die Teilnehmerinnen kehren aus den Breakout-Sessions zurück. Jawohl. Ja, ich glaube, es dürften, bewegt sich noch ein bisschen was im Vorraum. Ja. Ja. Herzlich willkommen zurück aus den Breakout-Sessions. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Die Zeit ist schnell kurz geworden, auch wenn man in der kleinen Runde diskutiert, wenn man die Themen aufgreift. Wir werden diese Themen, die jetzt angesprochen worden sind, jetzt noch kurz sammeln von der Moderationseite her. Das große Plenum hat jetzt ein bisschen Pause. Wir machen Pause bis, Philipp, hast du auf die Uhr geschaut? 16 Uhr. Wir liegen gut in der Zeit. Ich glaube, wir machen weiter um 17 Uhr. 17 Uhr pünktlich. Das ist wunderbar. Ich glaube, die Diskussionen waren sehr rege. Ich kann dem nur zustimmen. Die Zeit vergeht irrsinnig schnell. Ja. 15 Minuten Pause und dann kehren wir zurück. Genau. Wie immer, am besten die Kamera einschalten, ausschalten und den Ton ausschalten, aber sonst in der Session bleiben. Nicht aussteigen, wieder einsteigen, sondern dabei bleiben. Wir sehen uns in Kürze. Wunderbar. Ja, willkommen zurück aus der Pause. Auch eine Viertelstunde Pause ist kurz, so wie die Breakout Sessions eigentlich kurz war. Es wird einem nicht langweilig an diesem Nachmittag. Es ist sehr intensiv. Wir steigen in die dritte Session ein mit einer Podiumsdiskussion. Im Hintergrund laufen auch noch die Vorbereitungen dazu, dass diese, dass die Ergebnisse oder Diskussionspunkte aus den vorherigen Sessions da gleich eingespielt werden können. Ich darf gleich bitten, die Leiterinnen der Podiumsdiskussion, Thomas Kiefer und Heidemarie Scharr, ihre Kameras einzuschalten und auch das Pausenbild bitte ausblenden von dann. Genau, dass wir wieder alle im Bild sind. Herzlich willkommen. Ja, Thomas Kiefer und Heidemarie Scharr werden diese Podiumdiskussion leiten mit einem ganz spannenden Podium, spannenden Leuten am Podium. Ich darf euch ganz kurz vorstellen. Thomas Kiefer ist Projektassistent am Institut für Mechanik und Werkstoff und Strukturen, hat über den Innovative Brick dissertiert, Resselpreisträger 2020, Gratulation noch, hat er verschwiegen gehabt und Heidemarie Scharr ist Senior Lecturer im Forschungsbereich Wasserwirtschaft, Arbeitsschwerpunkt Abwasserreinigung, Ozonung, Kumalaabwässer, Mikroverunreinigung, ist auch beim Thema beim Umweltingenieurwesen, Studium für Umweltingenieurwesen spielt sie ganz maßgebliche Rolle. Also wieder ganz spannende Perspektiven aus unterschiedlichen Bereichen und ihr habt ein tolles Podium zusammengetrommelt und ich darf euch da jetzt übergeben. Herzlichen Dank. Ich dürfte als erstes eine Bitte an unsere Teilnehmerin der Diskussionsrunde hätte ich, dass die bitte ihre Stummschaltung aufheben und ihre Kamera kurz zeigen, damit wir bei der Vorstellung wissen, mit wem wir es zu tun haben. Sehr. Vielen herzlichen Dank. Ja, und dann Heidi, darf ich es dir überlassen, unsere Diskussionsteilnehmer und Diskussionsteilnehmerinnen einmal bitte kurz vorzustellen. Genau, das mache ich ganz kurz und bündig und wenn jemand noch etwas sagen möchte, bitte gerne. Lady first, leider nicht Ladies first. als erstes möchte ich Dragana Damjanovic vorstellen. Sie kommt von der Architektur und Raumplanung und eigentlich eben vom Forschungsbereich Rechtswissenschaften und befasst sich eben da auch im Bereich mit Umweltrecht und auf EU-Seite mit einigen. Das wird sicherlich noch aufkommen. Jetzt komme ich schon fast ins Schwarzen. Beginnen wir dann auf der Studierendenseite. Das freut mich, weil wir ja auch einige Studierende hier unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben. Das ist der Daniel Schams Welcome auch aus dem Bereich Architektur und Raumplanung. Dort ist studentischer Mitarbeiter am Institut für Raumplanung und bringt dann auch über die Lehre, die Klimakrise den Studierenden näher. Das ist ein Aspekt und der andere, weswegen wir ihn hier auch gerne begrüßen, ist, dass er bei der Gruppe Build for Future ein Mitglied ist und das eben im Bereich sowohl wirtschaftliche aber auch eben dann städteplanerische Perspektiven hier einbringt. Du kannst dann auch gerne noch einen kurzen Satz dazu sagen, wenn das zu kurz gekommen ist. Dann schaue ich weiter in der Runde Harald frei. Welcome vom Bauingenieurwesen konkret jetzt, das ist auch immer wieder vorgekommen, das war heute der Verkehr, also vom Institut für Verkehrswissenschaften, konkreter Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik, eben Mobilität, aber auch dann Strategien, also hat schon einiges gemacht in seiner Forschung, was ich gesehen habe und last but not least Walter Dorrigo und Walter Dorrigo kenne ich eben zum einen natürlich ganz intensiv über das Studium Umweltingenieurwesen und er kommt vom Department für Geodäsie und Geoinformation und ist hier ein Forschungsbereichsleiter und zwar vom Forschungsbereich Klima- und Umweltfernerkundung und wir werden ihn hier diesbezüglich auch interviewen. Gut, das war es in aller Kürze und ich würde sagen, ich gebe weiter an den Thomas. Also wir warten jetzt noch ganz kurz, bis wir ein vollständiges Bild aus den ganzen einzelnen Gruppen haben, das heißt, die Ergebnisse werden wir dann teilweise später in der Diskussion versuchen, möglichst gut einzubauen, möglichst passend einzubauen. Ich würde jetzt aber einfach mal mit einer Frage starten, die ich jetzt erst mal an Frau Damjanovic richte und die natürlich, zu der sich dann später sehr gerne auch alle anderen äußern dürfen. Wir hatten vorher schon, glaube ich, in der ersten Diskussionsrunde ging es schon ein bisschen darum, dass wir gesagt haben, okay, wir haben auf der einen Seite das Recht, zukünftige Generationen in einer noch intakten Umwelt zu leben und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass wir mit unserem hohen Grad an Individualismus, den sich unsere Gesellschaft leistet, die natürlich auch beinhaltet, dass man mit einem 15 Liter Dodge Ram 500, also ein riesiges Auto, durch die Stadt brettern darf. Da ist die Frage, wie geht das eigentlich, wie geht das zusammen? Also wie kommen wir da zu einer Lösung, dass wir sagen, wir haben auf der einen Seite diese individuelle Verantwortung, die aber teilweise offensichtlich nicht wahrgenommen wird und auf der anderen Seite das Recht zukünftige Generationen, dass wir dann doch noch irgendwie einen Planeten haben, mit dem wir das anfangen können. Ja, das ist eh schon ganz plakativ, spricht es eigentlich die grundlegenden juristischen Fragestellungen der Klimakrise an, nämlich einerseits also welche Möglichkeiten der Staat hat, hier zu gestalten und insbesondere Wasser verbieten kann, also SUVs zum Beispiel verbieten könnte, wenn es sinnvoll wäre, wie er regulieren kann und dann auf der anderen Seite wie weit man den Staat auch verpflichten könnte, Maßnahmen zu setzen, Schutzmaßnahmen zu setzen, eben damit eine zukünftige Generation auch noch eine lebenswerte Zukunft vorfindet. Da geht es ein bisschen so um die Einklagbarkeit von Klimaschutz und unsere Verfassung als unsere Grundordnung des Staates ist schon so aufgebaut, dass die Grundrechte primär als Freiheitsrechte gestaltet sind. Das ist auch damit zu klären, aus der Zeit, in der Grundrechte entstanden sind. Da ging es darum, den Einzelnen von einem übermächtigen Staat zu schützen und deshalb habe ich hier auch zum Beispiel das Grundrecht auf Eigentum zu besitzen, darüber frei zu verfügen und insofern schützt unsere Verfassung in der Tat eben diese individuelle Entscheidung, einen SUV zu fahren und eben auch die Freiheit der Unternehmen solche zu produzieren und auf der anderen Seite aber habe ich in der Verfassung zumindest bislang noch nicht und zumindest nicht unmittelbar und ausdrücklich jetzt ein Recht darauf, dass jetzt zum Beispiel die junge Generation einklagen könnte, dass der Staat tätig wird und Schutzmaßnahmen setzt. Also solche Klimaklagen sind bislang nur sehr engen Grenzen möglich und diese individuelle und liberale Position der Verfassung das ist jetzt noch einmal verstärkt worden durch die Europäische Union oder vor allem durch die Tatsache dass die Europäische Union zunächst nur als Wirtschaftsgemeinschaft gegründet war und auch hier primär Wirtschaftsfreiheiten verankert und ja und das hat dann freilich eben Konsequenzen auch im Hinblick auf das was der Staat oder was der Gesetzgeber regeln und gestalten kann also SUVs verbieten oder auch was in der ersten Runde gekommen ist Sanierungspflichten für Immobilienbesitzer vorzusehen um die Gesamtenergieeffizienz zu steigern das geht nicht ohne weiteres und das ist jetzt einmal der Ausgangspunkt von dem wir Rechtswissenschaftlerinnen starten wenn wir uns mit den Fragen der Klimakrise beschäftigen ich könnte jetzt noch vieles mehr sagen aber das ist mal zu Beginn also das ganz klare Plädoyer für mehr Ordnungsrechts in dem Sinne dazu Meldungen noch aus der Runde vielleicht naja das Rechtssystem ist natürlich so wie es derzeit interpretiert und angewendet wird in der Praxis oftmals aus einem sehr anthropozentrischen Blickpunkt das heißt das Einklagen von Naturrechten beim Bodenverbrauch was auch immer sozusagen und wie es angewendet wird und abgebildet wird in den Verfahren wie beispielsweise jetzt im Verkehr und wenn Verträglichkeitsprüfungen all diesen Dingen ist natürlich letztendlich dann immer eine Abwägungssache und eine Frage der Wertehierarchie der Gesellschaft das heißt natürlich hat sich in den letzten Jahren schon so eine gewisse Individualisierungstendenz eingeschlichen das heißt eigentlich in den letzten Jahrzehnten dass wenn einer anfängt etwas zum Unwohlsein der Gesellschaft zu machen und zwar indem er es zu seinem eigenen Vorteil praktiziert dass man dann irgendwann als Gesellschaft draufkommt es müssen nur genügend machen dann können wir es legitimieren so nach dem Motto weil der SUV ist ja nichts anderes das sind nicht notwendigerweise immer Gesetzmäßigkeiten sondern das sind auch Richtlinien Normen etc. Ein schönes Beispiel keiner würde sich einen SUV kaufen würden wir alle Sparbahnen und alle Parkplätze so schmal machen dass er dort nicht parken kann sondern beispielsweise nur Autos wie sie so breit waren in den das heißt wir haben ganze Institutionen ganze Herrscharen an Handlanger heute gerade die aus der technischen Ausbildung aus den technischen Universitäten die unter dem Aspekt einer Technikhörigkeit natürlich hier diese Individualisierungstendenzen durch ihr tägliches Tun befeuern und unterstützen und für die die Werte Hierarchie oder die Werte der Natur Erhaltung oder des Klimaschutzes untergeordnet sind und wenn man natürlich diese und diese Dinge müssen wir heute nicht nur aufbrechen sondern transparent machen das heißt wir müssen eigentlich diese Institutionen angreifen die heute das noch fordern und fördern Okay vielen Dank mir dabei da bietet sich jetzt wenn der Herr Schams oder der Herr Dorigo sich zu dem Thema direkt anschließen sollen ansonsten können wir so ein bisschen in Richtung Politik rüber driften Herr Sie haben es eigentlich im Allgemeinen sehr gerne schreibt mich nur noch kurz ein sehr interessante Punkte die jetzt hier schon aufgeworfen wurden ich finde man muss ja aber auch gar nicht von dem Anthropozänen Fokus weg gehen mal davon abziehen dass man argumentieren könnte dass auch Umweltschutz dann irgendwie ein Anthropozänes Anliegen wäre aber wenn man dann irgendwie Diskurs von irgendwie intertemporaler oder intergenerationaler Gerechtigkeit aufkraft ist das ja auch etwas was gerade in der Rechtsfrage ein Diskurs wert ist und besprochen werden muss was sind Menschenrechte von zukünftigen Generationen wie kann so etwas verankert werden wenn ich darüber nachdenke wie meine Oma ihr Leben jetzt gerade lebt und wie mein Leben dann ausschauen wird in 60 Jahren wenn ich so alt sein werde werde ich diese selben Dinge machen können und wenn man das dann noch eine Generation weiterschiebt nochmal ganz was anderes ob man diesen Menschen intergenerational dieselben Rechte darbietet und gibt ist da sehr fragwürdig wenn wir an unserem globalen Handeln momentan nichts ändern aber ja das ist nur ein kurzer Einwurf dazu nochmal das ist das Finanzsystem im Hintergrund das Finanzsystem das lebt natürlich von der Erwartungshaltung und darauf das baut alles auf das heißt es kauft permanent Zukunft auf indem sie sozusagen Ressourcen ausbeutet indem sie Lebensgrundlagen vernichtet für die zukünftigen Generationen und behauptet hier im Jetzt einen Mehrwert zu schaffen und das ist sozusagen das Finanzsystem das auch behauptet dass natürlich alles mit Geld reparierbar wäre was natürlich wie wir wissen in der Biodiversität nicht so ist und das heißt das hinterliegende System der globalen Finanzwirtschaft ist natürlich der starke Treiber für diese ganzen globalen Handelsströme und so weiter wenn sie jetzt gerade die Biodiversität angesprochen haben dann können wir vielleicht an dem Punkt kurz mal den Bautor einbinden wir haben ja jetzt wenn wir uns das Jahr 2020 anschauen dann hatten wir nicht nur Corona und sonstige Sachen sondern wir haben auch Waldbrände gesehen wie es in einem Umfang also gerade in Sibirien gerade in Australien die also gab es noch nie glaube ich in dem Umfang und da ist jetzt natürlich schon die Frage also Wautor ganz kurz dein Forschungsgebiet wenn du es noch schnell erläutern magst aber wir gehen ja von Dürre auf Waldbrand der noch mehr CO2 raushaut worauf wir wieder mehr Dürreperioden haben oder sehe ich das falsch also wo sind wir da gerade eigentlich bei unserer Biodiversität Also Biodiversität ist eins Klimawandel und Feuer sind ein zweiter Punkt Ja um mal auf das Thema Wald anzugehen Also das ist also ich also ich möchte noch mal ganz kurz erläutern was wir machen wir eigentlich ganz grob zusammengefasst wir schauen mit Satelliten an wie sich das Klima verändert also wie sich die Welt verändert also alles was wir wahrnehmen können mit Satelliten das versuchen wir zu monitor über längere Zeit zu beobachten auch in Regionen wo wir normalerweise keine Messungen haben also wo zum Beispiel Siberien natürlich also wir würden nichts wissen über Siberien wenn wir unsere Satelliten nicht hätten Das mit den Waldbrennen ist ein spannendes Thema weil auch die Waldbrennen sind natürlich einerseits also hauptsächlich von Menschen verursacht nicht zuletzt hat es auch mit der Entwicklung zu tun also man würde es nicht erahnen die größte Waldbrenner treten nicht in Siberien auf oder in Kalifornien sondern die meisten Weltbrenner treten auch in Afrika wo wo Landwirtschaft eine größere eine eine extensive Landwirtschaft eine große Rolle spielt und mit der Wandlung der Gesellschaft wird sich auch diese Form von extensiver Viehzucht wird sich verändern und wird vielleicht verschwinden also es kann daher sein dass wir mit Waldbrennen in Zukunft weniger zu tun haben als zumindest in bestimmten Regionen wie Afrika natürlich da schließe ich mir auch an den Worten von nachhalt an dieser nicht nachhaltige Umgang mit Ressourcen diese Flores an natürlich auch Beidwände also man denkt ja nur an die Abholzung Amazonas wo die Gelegenheit genutzt wird trockene Episoden die in vielen Regionen häufig gewähren zu nutzen um diese trockene Vegetation dieser trockene Wälder anzuzünden und zu verbrennen und dann wenn das einmal nicht angesetzt ist gibt es keinen Weg zurück mehr also es kann sein das ist sehr komplex also wir wissen Klimawissenschaftler wir schauen das System Erde an und da kann sich wirklich sehr viel tun aber das hängt auch alles miteinander zusammen mit unserer Muster wie wir leben was wir essen und wie sich die Welt entwickeln wird und welche Schieflage es auch in Zukunft geben wird Danke auch Wouter für deine Sicht zu diesen Dingen ich erkenne jetzt immer mehr Sachen aus der Diskussion in den Breakout Sessions und wir haben ja gemeint die Breakout Sessions wurden zwar nicht aufgezeichnet aber in gewisser Weise dann doch insofern dass die Moderatoren und Moderatorinnen dazu angehalten wurden drei Schlagworte die jetzt am potentesten waren aufzuzeichnen oder uns weiterzuleiten und da würde jetzt die Lina Karner bitten da den Bildschirm mit uns zu teilen nur also bitte nicht erschlagen fühlen von zu vielen virtuellen Post-its es geht eigentlich darum dass wir ein bisschen ein Stimmungsbild aus diesen Breakout Sessions bekommen was ist häufiger gekommen ja also sehr gut ich sehe es das waren unsere Breakout Sessions gut also man sieht hier wirklich erste Reihe in der Mitte Individualismus versus Aktionismus vielleicht nicht ganz das was wir hatten unten aber die Eigenverantwortung System Change not Climate Change das spielt alles eigentlich ganz stark mit rein Thomas du kannst auch gerne das aufgreifen was bei dir kam Interdisziplinäre Forschung das ist das das heißt wir müssen uns hier alle zusammentun wenn wir etwas bewirken wollen und nicht nur in unserem kleinen Fachidioten Tropf köcheln wenige Abhängigkeit von Drittmitteln okay Sensibilisierung der Studierenden für Umweltfragen ich glaube das ist auch ganz was wichtiges das ja immer wieder kam in Bezug auch auf die Bewusstseinsbildung Ach ja und das das war in meiner Gruppe die moralischen Werte monetarisieren wenn ich das jetzt übersetzt da ging es auch wirklich darum okay so ein SUV der muss halt dann entsprechend viel viel mehr kosten wenn man sich das dann leisten kann die Leute wird es immer noch geben aber kann man so etwas steuern ist das eine Möglichkeit Fragezeichen Thomas wie tun wir weiter ja was glaube ich in den Breakout Sessions relativ deutlich wurde ist dass wir insgesamt auch die TU dann schon sehen dass wir im Bereich Nachhaltigkeit freundlich ausgedrückt noch ein bisschen was nachzuholen haben ich meine es ja Herr Schams ich habe es mir schon gedacht das war nur ein Zeichen der Zustimmung ein Applaus in Gebärde ja also ich meine wir haben natürlich schon einzelne unterschiedliche Formate aber das spielt sich und das steht hier auch mit drin das spielt sich alles noch sehr im sag ich jetzt mal Freifachraum so durch die Gegend ich kann mich erinnern ich habe wie ich selber noch studiert habe gab es auch eine Ringvorlesung zum Radfahren das war logischerweise auch nur ein Softskill oder beziehungsweise ein Freifach müssen wir müssen wir als TU dann nicht einfach viel deutlicher die unterschiedlichen Aspekte wenn wir jetzt auch unsere Verantwortung gegenüber künftiger Generationen wahrnehmen wollen viel mehr auf Nachhaltigkeit geben und viel mehr die Dinge in den Fokus rücken mit welchem Impact sie auf unsere Gesellschaft wirken haben hätten wir eigentlich schon vor 15 Jahren beginnen müssen weil ja die Ausbildung eine Zeitverzögerung hat im System das heißt wenn wir heute natürlich beginnen kommen in vier fünf Jahren Menschen raus oder Persönlichkeiten die das schon gehört haben in der Lehre in ausreichendem Maße es passiert ja nicht einmal heute das rosa Bildchen wo steht die TU hat viel Luft nach oben das identifiziert das Problem ja sehr gut und man muss natürlich aufpassen wie wird es in die Curricula auch entsprechend implementiert bleibt es ähnlich wie bei der Politik nur bei Floskeln und bei sozusagen oberflächlichen Begrifflichkeiten die halt kurz thematisiert werden in der Lehre oder erkennt man dass man strukturell auch in den Inhalten der Lehrveranstaltung auch einen kompletten Restart vielfach durchführen müsste das bedeutet nämlich dass man sozusagen lehrt dass man Persönlichkeiten am Ende sozusagen ausbildet die in der Lage sind ihre Disziplin im Kontext der Gesellschaft einzuschätzen und zu bewerten ihr Tun zu analysieren insbesondere ihre Konsequenzen auf die Gesellschaft im Jetzt und in der Zukunft und letztendlich auch immer kritisch agierenden aktuellen Institutionen und Prozessen gegenübersteht und zwar sehr sehr kritisch weil wir gerade von den Prozessen und den Institutionen stark auf die Beharrung ausgerichtet sind TU intern wie gesellschaftlich also auch TU extern und da ist es natürlich wichtig sozusagen über die Angestellten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TU das kritisch zu diskutieren und natürlich auch letztendlich aus den Studien Abgängern dann und Abgängerinnen natürlich das nach außen zu tragen also subversive Kräfte einfach zu stärken wir müssen bestimmte bestehende Strukturen destabilisieren können und lernen und vermitteln weil das ganz entscheidend ist die beispielsweise dem Klimawandel sehr wie soll ich sagen einmal negativ oder beharrend auf den Status quo gegenüberstehen das ist ganz wichtig neben der Vermittlung von Maßnahmen und Inhalten und das ist meiner Meinung nach noch viel zu wenig abgebildet in den Lehrplänen und auch im Tun letztendlich und im Vermitteln danke ich hatte noch gesehen du hast dich auch ja nein also in ähnlichen Worten wollte ich das auch zusammenfassen ich wollte nochmal zurückgreifen auf die Sensibilisierung der Studierenden ich glaube so wie ich das erfahren habe bis jetzt ich habe jetzt mal ein paar mal die Lexus for Future organisiert mit organisiert und eigentlich die Studierenden sind sensibel das das schöne ist die meisten jetzt in dieser Runde kommen aus der Raumplaner auch die meisten die unserer Lexus for Future oder so kommen aus der Raumplaner und Architektur und anscheinend ist da ein wahnsinniges wahnsinnig großes Bedürfnis der Studierenden sich solche Thematiken zuzueignen aber wird das in der Lehre viel zu wenig vermitteln und ich denke ja die Studierenden sind sensibel die die Jugend und die jungen Leute von heute sind sensibel dem Thema gegenüber vielmehr müssen wir unsere Strukturen verändern also hier an der TU es ist sehr sehr schwierig Sachen zu bewegen natürlich ist das ein großes großes Moloch was wir ich weiß nicht wie viele Angestellte wir haben aber wirklich tausend das ist nicht leicht das zu fängen am Tag auf der nächsten aber zumindest die Sensibilisierung zum Thema unter den Mitarbeiterinnen die kann man schon vorantreiben und wenn wir als Mitarbeiter nicht sensibel dem Thema gegenüberstehen wie somit es den Studierenden vermitteln und was ich möchte eigentlich ganz kurz einen Vergleich machen was wir bei der ersten Frage gesehen haben dass die Politik also Individualismus versus Entscheidungsträger was was kann man was kann man als Entscheidungsträger vorschreiben was nicht welche individuelle Rechte haben die einzelne Bürger innen ich sehe eine ähnliche Struktur bei uns an der Technischen Universität also wir haben das Recht bereit einerseits andererseits die Forschungsgruppen die Mitarbeiterinnen die sich selbst entscheiden wollen wie sie ihre Lehrveranstaltung gestalten und das ist natürlich auch eine Frage kann man vom Rektorat aus von höherer Ebene Sachen vorschreiben wir machen das jetzt so jetzt verankern wir wir bieten 10% der Lehrveranstaltung der Klimaforschung wir schreiben das vor in unseren Studienplänen also da sehe ich schon noch Bewegungsrahmen auch für viele 5000 Mitarbeiter das ist ein interessanter Chat bemerken der Senat ist für die Studienpläne zuständig und Norbert ist online vielleicht kann er da was zu sagen oder sollen wir nur was ich würde gerne sagen also ich bin erst in einem halben Jahr an der TU und eben hier am Institut für Raumplanung und ich muss schon sagen dass ich sowohl also auf der Ebene der Forschung was ich in den ersten interdisziplinären Kontakten bisher erlebt habe als auch in der Lehre im Austausch mit den Studierenden und auch was ich jetzt miterlebe was eben bei den neuen Studienplänen passiert dass das schon sehr viel Fokus auch auf der Nachhaltigkeit ist und dass das sehr viel passiert und ich total positiv erlebe und ich würde ein bisschen davor zurückstrecken also dass das Rektorat quasi vorgibt welche Inhalte also in dem Ausmaß also im Sinne der Wissenschaftsfreiheit die Währenden dann auch zu unterrichten haben also das muss man natürlich auch mit einer gewissen Sensibilität betrachten aber aus dem Bereich aus dem ich komme und aus der kurzen Zeit mit dem neuen Blick den ich hier habe sehe ich das eigentlich ganz anders und total positiv obwohl ich ja jetzt nicht mit diskutieren sollte muss ich auch sagen es kommt wahrscheinlich wirklich darauf an von welcher Ecke man kommt okay ich bin jetzt Studiengangsbetreuerin vom Umweltingenieurwesen da weiß da weiß ich auch so wie der Voter das gesagt hat die jungen Leute sind sensibel ich habe dann auch Verfahrenstechniker und Architekturstudenten gehabt in meiner Breakout Session und da kam es schon es wird gebracht in der Lehre aber man muss sich erst mal um die Brigitte Ratzer zu zitieren man wird erst mal durch die Wüste geschickt man muss erst mal durch die Grundlagen und dann in den Spezialfächern oder im Master kann man sich dann schon irgendwo auch mit der Klimakrise oder mit Fächern die das behandeln beschäftigen ich glaube es gab ja den Aufruf dass wir alle mehr implementieren vom Klima in unsere Lehrveranstaltungen ob das bei der Mathe so einfach ist weiß ich nicht aber ich glaube es kann jeder mal so einen Kopfstand machen und darüber nachdenken ich weiß nicht hat Daniel vielleicht da noch irgendwas dazu zu sagen ja allgemein sehr viele interessante Perspektiven auch selber natürlich sehr interessant die Perspektive von Dragana hier zu hören ja mein allgemeiner aktivistischer Background ist im Endeffekt auch durch Diskussionen und eine Misserfolge in der Studienkommission im Endeffekt entstanden da sich sehr viele sehr engagierte Lehrende bei uns eingesetzt haben für eine sehr viel explizitere Auseinandersetzung mit dem Klimathema im Studienplan der jetzt neu aufgesetzt wird und das lange Zeit überhaupt nicht beachtet wurde ich da auch selber teilnehmen durfte dass da argumentiert wurde für eine holistische Betrachtung die in jedem einzelnen Fach passieren müsste theoretisch aber das passiert halt auch einfach nicht also wenn man dann aus persönlicher Erfahrung ich sehe und mit Lehrern sprechen die Recht unterrichten beispielsweise im Bachelor und man dann angesprochen wird okay warum wird hier Climate Impact zum Beispiel nicht angesprochen kriegt man oftmals die Antwort ja das kommt dann im Master das ist dann irgendwie so der Klassiker man trifft das Beispiel das Vorher von dir gebracht wurde eh sehr gut und aus dem heraus haben dann motivierte Lernde nochmal eine Lehrveranstaltung auf die Beine gestellt und hat mich mit sehr vielen anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen irgendwo auch noch ermächtigt diese Sensibilisierung die ich schon hatte nochmal umzusetzen in einfach mich in der Lehre zu engagieren klimapolitisch aktiv zu sein in Fridays for Future aktiv zu sein und da viel machen zu können und ja ich finde das unglaublich wertvoll was für Möglichkeit mir da geboten würde und möchte aber auch oder finde diesen Diskurs sehr wichtig darüber zu reden wie gut kann Klima allgemein behandelt werden wenn es nicht explizit genannt wird und sein eigenes Fach bekommt innerhalb der Lehre auch wenn das natürlich nur ein Teil ist der wissenschaftlichen Verantwortung muss man auch zu sagen weil wir jetzt die ganze Zeit bei Lehrer waren eigentlich herzlichen Dank dafür dann habe ich noch also wenn wir unsere Zettel die Sie jetzt gerade nicht mehr sehen aber ich noch wenn wir die noch weiter so ein bisschen durchschauen dann kommt auch sehr viel die Kommunikation nach außen seitens der TU also gerade die Kommunikation mit der Gesellschaft die Kommunikation mit der Politik ich würde jetzt vielleicht noch an der Stelle noch mal ein bisschen ins Plakative reingehen es gab jetzt vor kurzem gab es in Deutschland die Diskussion oder beziehungsweise gab es die ersten Ergebnisse wegen der Endlagersuche für Atommüll dabei haben sie herausgestellt dass aus wissenschaftlicher Sicht in Bayern relativ viele geologische Orte sehr gut geeignet werden worauf der Ministerpräsident Bayerns logischerweise gesagt hat ja im Moment also was wissenschaftliche sagen ist alles gut und recht aber es gilt immer noch das Primat der Politik dass also am Ende des Tages halt doch wieder die Politik ist die die Entscheidungen für die Gesellschaft trifft überschätzen wir uns da nicht ein bisschen Herr Frey ich denke an Sie da kommt so ins Mikro an nachdem ich ja viel an der Schnittstelle auch zwischen Planung und Politik natürlich unterwegs bin und nach 15 Jahren Universität muss ich sagen im Grunde genommen natürlich wenn wir uns anschauen wie Wissenschaft in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder aufgestellt ist war oder ist und was Wissenschaft überhaupt ist und wie wir es definieren natürlich braucht es auch ein wie soll ich sagen ein Legitimationstool die Wissenschaft alleine das hängt aus unterschiedlichen Wissenschaftlern zusammen und wir wissen wahrscheinlich ähnlich wie bei den in der Zwischenzeit bei den Juristen zwei Juristen drei Meinungen ist es natürlich zum Teil auch in der Wissenschaft sie können das eine oder das andere gut achten Stichwort auch die gekaufte Wissenschaft beauftragen also was ist Wissenschaft überhaupt und gibt es den Wahrheitsbegriff überhaupt das heißt da sind natürlich die ursächlichen Fragen und dahin gehen braucht es natürlich schon ein gesellschaftliches nicht korrektiv ich würde sagen eben wie gesagt eine Legitimation letztendlich und entscheiden muss letztendlich als Vertreter des Volkes der Gesellschaft wenn man so will natürlich die Politik dass die natürlich ihre eigene Wertehaltung jeder eigene Politiker oder jede eigene politische Partei und Ausrichtung mit sich bringt und dann natürlich jenen Gutachter bestellt jenes wissenschaftliche Gutachten heranzieht das vielleicht eher ihrer Wertehaltung ihrem Weltbild heute noch viel mehr als wie vor 20, 30 Jahren entspricht weil es einfach viel mehr Wissenschaftler gibt auf jedem Niveau und auf jeder Disziplin natürlich das ist ein Prozess der natürlich hinterfragenswert und kritisch ist auch unterschiedliche Politiker tauchen ja mit unterschiedlichen Wissenschaftlern immer wieder oder mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Studien auf also insofern ist es natürlich heute nicht so dass wir sagen können die Wissenschaft und dann wird alles gut und das wissenschaftliche Wertebild sich ja auch verändert hat über die Jahrzehnte und Jahrhunderte die Wissenschaft hat schon ganz unterschiedliche wahnwitzige Sachen auch versucht zu legitimieren sie arbeitet auch in einem gesellschaftlichen Wertekonstrukt das eben jeder Wissenschaftler mit sich bringt wir denken nur an Prognose Modelle auch die Planung ist letztendlich die heute auch schon vielfach angesprochen wurde ein Modell das heißt mit meiner Erwartungshaltung mit dem Abbild der Realität so wie ich die Realität subjektiv wahrnehme gehe ich natürlich auch mit einem subjektiven und spezifischen Vorurteil ob wir wollen oder nicht jeder von uns durch die Welt und damit auch in die Planung das heißt Sie haben es ja jetzt ganz gut gesehen auch es gab unterschiedlichste Prognosen und Modelle zur Entwicklung von Covid-19 meine Güte was Sie da hineinnehmen und wer in der Lage ist was abzubilden und was nicht hineingenommen wird hängt immer von der Entscheidung jenes ab der die Modelle macht natürlich sie müssen falsifiziert verifiziert werden sie müssen sich einem Diskurs stellen sofern sie transparent sind aber ja auch das ist wieder nur in einem gewissen Teil der Gesellschaft möglich also insofern glaube ich ist dieses Spannungsfeld das müssen wir aushalten als Wissenschaft und das ist entscheidend wir müssen auch viel stärker von einer von einer konsensualen Blickrichtung das betrifft auch jetzt die Kommunikation wahrscheinlich stärker auf eine konfrontative wieder gehen wir brauchen keine weich gespülte Gesellschaft sondern wir brauchen eine die in der Lage ist sozusagen zu argumentieren wir brauchen eine die in der Lage ist zu diskutieren und diese Argumente auch fachlich charakterlich entsprechend auszuhalten und auszutauschen das sind die Skills die wir mitgeben müssen nicht Diskursverweigerung nicht sozusagen im Winkel verkriechen wenn man anderer Meinung ist sondern dahinter stehen und das aushalten das ist das was meiner Meinung nach tragfähige Wissenschaft ausmacht die ist misstatisch die ist immer dynamisch in der Weltgeschichte gewesen und das ist glaube ich auch gut so und das bessere Argument setzt sich dann in der Praxis ohnehin durch ja also ich bin als Juristin natürlich auch der Meinung dass es die demokratisch legitimierten Verantwortlichen also die Politiker und die Abgeordneten im Parlament sind die die Entscheidungen zu treffen haben wie Gesellschaft zu gestalten ist und wie wir mit dem Klimaschutz umzugehen haben aber wir in der Wissenschaft haben die Verantwortung natürlich die Grundlagen dazu zu arbeiten und wie Sie sagen klarerweise so objektiv und neutral wie möglich und ich glaube das was von Jakob Wederer jetzt in der ersten Runde auch gekommen ist es ist auch wichtig Sachen zu sagen die nicht gehört wollen also die man nicht hören will also weder die Wirtschaft hören will noch die Politiker hören wollen also zum Beispiel jetzt aus meiner Perspektive als Juristin so diese Erhöhung der Wirtschaftsfreiheit aus dem Eigentumsgrundrecht kommend wenn man sich das anschaut in einer historischen Perspektive das war ja nicht immer so das ist etwas was die Gerichte entwickelt haben vor allem so in den 80er und 90er Jahren in der Zeit wo ja auch dieses neoliberale Denken auch sehr vorherrschend war und man kann das auch anders sehen man kann das auch anders lesen und auch anders interpretieren und man hat Möglichkeiten hier also diese Prozesse zum Schutze unseres Klimas auch weiter einzuschränken und zum Beispiel aus meiner Disziplin also meine Verantwortung oder die der Rechtswissenschaftlerinnen da sehe ich darin diese Möglichkeiten diese Optionen aufzuzeigen entscheiden können wir es freilich nicht aber auch mit Vehemenz aufzuzeigen und eben unangenehm zu werden und damit die Politik nicht immer auch diese Rechtfertigung hat wir können hier gar nicht tun also die Eigentumsgrundrechte ich kann da nicht eingreifen darin sehe ich eine wichtige Aufgabe unserer Disziplin hier ja kann mich da vor Ort irgendwie auch anschließen natürlich ich habe da letztens einen Vortrag von einem Coacher im IPCC hören dürfen der sehr interessant war mit dem ich ihn zitieren konnte wir Wissenschaftler innen sind nicht demokratisch legitimiert für irgendwas was auch ganz klar ist und auch einfach auf der Ebene auf dem jener Forscher arbeiten darf der einfach im Weltklimarat arbeiten darf und wo jede einzelne Zeile einfach durchgelesen wird und im Parlament geprüft wird da wird dann einfach ist der Unterschied zwischen Policy Prescriptive versus Policy Relevant dem Arbeiten einfach sehr wichtig wie das dann geschehen kann wie kann solche Abkommen dann überhaupt entstehen aber ich finde all das muss uns nicht daran hindern innerhalb Forschung innerhalb Lehre als Wissenschaftler innen oder angehende dennoch normativ zu denken und normativ zu sein in dem Wissen dass wir subjektive Wesen sind und so fortgehen dass Planung inhärent etwas Normatives dann auch hat wenn ich aus der Raumplanung hier sprechen darf dass ich hier in Systeme eingreife und eine Entscheidung treffen muss oder einfach auch indem ich eine Prognose aufstelle und dort anhand meiner Werthaltung normativ auswähle so ist das und inwiefern das innerhalb des wissenschaftlichen Feldes oder darüber hinaus mit meiner Expertise in meinem privaten passieren muss und soll ist eine weitere Frage aber dieses normative Handeln finde ich muss etwas sehr inhärentes und sehr offenkundig getragenes sein für uns als Wissenschaftler innen es kam kam jetzt noch im Chat kam jetzt noch ein wichtiger Punkt auch dass natürlich die Wissenschaft die Wahrheit nicht gepachtet hat das ist uns glaube ich allen hoffentlich bewusst sondern dass sie vielmehr dazu da ist Fakten aufzuzeigen und die Folgen und Handlungen mit Pros und Kontras zu kommunizieren und wir hatten jetzt bei der Ivona Branditsch hatten wir den Punkt dass sie gemeint hat also sie macht ja sehr viel Folgenabschätzung oder beziehungsweise sie zeigt auf wie viel Strom unsere Digitalisierung frisst vielleicht wäre es dann also sie hat das eh schon gemacht aber wenn ich jetzt zurückdenke an beispielsweise die Entwicklung von neuen Motoren in den letzten also seit 1990 die sind mit Sicherheit sehr viel effizienter geworden die Gesellschaft hat aber trotzdem irgendwie gleichzeitig gesagt naja gut wenn die sehr viel effizienter werden und ich darf da kann ich ja viel mehr fahren und ich kann ein viel größeres Auto fahren das heißt wie bekommen wir diese Folgenabschätzung unserer eigenen technischen Innovation so insofern also so weit unter Kontrolle dass sie auch dann tatsächlich den beabsichtigten Effekt oder Effekt haben naja es orientiert sich an den Rahmenbedingungen nicht das ist eingebettet in einem sozio-technischen System also das rein technische jetzt die Antriebstechnologie in Fahrzeugen und so weiter ist natürlich in einem sozio-technischen System eingebettet das von Rahmenbedingungen beeinflusst wird in Treibstoffpreisen was auch immer und wenn natürlich ein Effizienzgewinn sozusagen durch einen Komfortgewinn kompensiert werden kann indem die Autos größer breiter werden oder wie auch immer schon schwerer oder Klimaanlagen dann serienmäßig eingebaut werden dann sozusagen ist das weil sich eben an den die Spritpreise real eher billiger werden oder auch wir tatsächlich billiger geworden sind im Vergleich zu den 70er Jahren dann ist das ein Erwartens oder ein Szenario das man erwarten konnte oder kann das heißt dieses Beachten der Rebound-Effekte ist natürlich nur dann auch nur annähernd möglich oder abzuschätzen wenn ich weiß das ist das was ich vorher mit Kontext gemeint habe wenn ich weiß dass ich mein Handeln entsprechend einordnen kann in die gesellschaftlichen Subsysteme und in meine benachbarten Disziplinen wenn ich natürlich sozusagen in einem infinitesimal kleinen gesellschaftlichen Ausschnitt arbeite dann kann ich mir dort alle Rahmenbedingungen aussuchen und den Untersuchungsraum sozusagen so klein machen dass ich mir die heile Welt zimmere das ist relativ einfach und sozusagen dort nie mich beschäftigen muss mit den Folgen das betrifft die gebaute Umwelt genauso oder ein Gebäude eine Brücke ein Hochhaus was auch immer natürlich wie den angesprochenen Motor auch das Gebäude steht in einem Kontext in einem Umfeld das hat Auswirkungen auf die Menschen die es benutzen und so weiter und so fort auf die Natur das heißt all diese Dinge sind ganz zentral es geht nicht mehr um das Ding an sich sondern um die Wechselwirkung des Dings mit allen anderen Dingen oder mit einem mit viel mehr als in der Vergangenheit beobachtet wurde oder beachtet wurde und das glaube ich sollte auch viel stärker in der Ausbildung Thema sein dass wir heute technisch Gebäude bauen können die in die Wolken reichen dass wir Autos bauen können wurscht ob sie mit Verbrennungskraftmotor oder mit Elektromotor fahren das sind die technischen Disziplinen über das brauchen wir heute sozusagen eigentlich nicht mehr diskutieren und eigentlich müsste man diese Handlungen ja vielfach auch einstellen weil wir haben eigentlich schon viel zu viel gebaut wir müssen uns einfach mit dem Erhalt und der Sanierung viel mehr beschäftigen oder viel zu oder bei den Motoren genau dasselbe das heißt beginnen wir eigentlich auch diese Alltagshandlungen die wir gelernt haben zu denen wir trainiert worden sind und andere durch unsere Ausbildung trainieren zu hinterfragen ob es nicht hier einen wirklichen Paradigmenwechsel bräuchte der unter den Prämissen des Klimawandels einfach ganz anders aussehen würde als sozusagen neu mehr weiter höher schneller all diese Dinge die heute auch schon angesprochen worden sind da möchte ich auch von meiner Seite ganz kurz auch einen Blickwinkel auch ein bisschen auch aus anderes lenken zu Prozesse begleiten und in die Folgeabschätzung von Technologien das ist einfach wahnsinnig schwierig ich denke an Informatik warum sind alle diese Erfindungen eigentlich Abfallprodukte wer wollte schon Internet haben die wollten ein militärisches Netz haben das war einfach sowas von Byproduct und so viele andere auch und davon anfangen zu sagen okay und wir begleiten das alles und wollen so und so machen das ist unmöglich das was man machen kann Mentosis macht das Gift also wenn wenn es schon so weit ist dann aus der wissenschaftlichen Perspektive mit besten Wissen und Gewissen erklären aufklären ja Schadensbegrenzung machen meinetwegen aber es ist wahnsinnig schwierig also ich sehe das gerade in meinem Bereich wie schnell sich das alles entwickelt und was eigentlich die Intention dahinter war und wo es dann letztendlich hinkommt mich hat dein Vortrag gewohnt ich habe irgendwie wenn ich so Smart Cities und diese Versprechen die da gemacht werden mit die innovative Stadt und durch digitale Transformation haben wir die effizienten und die nachhaltigen Städte dann wird das ja immer irgendwie so automatisch verbunden und da sind große Fragezeichen bei mir aufgetaucht mit der KI kann ich Leben retten mit der KI kann ich vieles machen mit der KI kann ich Leben zerstören also die Frage ist wie man das einsetzt wie man das steuert richtig steuert da sehe ich auch die Aufgabe an den Universitäten Diskurs zu führen unsere Politiker können sich ihr Wissen am wirts hostisch aneignen oder von uns und die Herausforderung ist das wie schaffen wir das dass sie uns zuhören ich glaube das ist die Herausforderung die Antwort ist einfach wir gehen alle ins Wurzhaus ist es schon noch eine große also es braucht glaube ich schon noch gerade jetzt im Hinblick auf die neuen Technologien mehr Steuerung durch den Staat generell also dass wir dieses marktgetriebene technologiegetriebene in die Richtung steuern dass es uns als Gesellschaft auch was bringt und eben in diese nachhaltige Schiene geht gleichzeitig der Staat der eben aufgrund der Komplexität eigentlich total überfordert ist also sind also und da haben wir als Wissenschaft und da wird das unbedingt erforderlich sein eben dieses vernetzte Denken und das interdisziplinäre Arbeiten viel viel weiter zu stärken Absolut und ich glaube wo auch im Bereich Umweltschutz Klimaschutz wo die großen Entwicklungen stattfinden werden ist das interdisziplinäre wo zwei Wissenschaften sich zusammenschließen und da etwas Neues produzieren und ich glaube da da steckt sehr viel noch in der Zukunft ja also dieses das eigene Süpfchen zu kochen das werden wir alle machen das müssen wir machen aber mit anderen über das andere Tellerrand hinaus zu schauen ich glaube das ist das das Wesentliche dann in der Zukunft darf ich dazu noch was sagen also was ich so raushöre das System ist so komplex dass die Politiker das nicht verstehen können ja glaube ich aber wir verstehen es auch nicht weil wir wir sitzen in unserer eigenen Turm wir machen unsere eigene Forschung fokussieren uns auf sehr kleine spezifische Teilbereiche würde ich nicht sagen nein würde ich nicht sagen weil wir haben die Methoden um es verständlich zu machen wir haben die Methoden um es verständlich zu machen ich kann vieles ich kann vieles aus der Elektrotechnik verstehen weil wir die gleiche Wissenschaft benutzen zum Beispiel die Mathematik also wir haben dieses gleiche Basiswissen und da kann ich auch viel vieles nachvollziehen viel verstehen weißt du was ich meine ja ja das verstehe ich aber du zum Beispiel ich kann nicht einschätzen was für Auswirkungen bestimmter Mobilitätskonzepte auf die auf die Landwirtschaft haben also was mein Thema wäre und andersrum wahrscheinlich auch nicht was aber wäre es eine Aufgabe der Universität jetzt mal die Interdisziplinärität zu stärken ist das was was fehlt bei uns an der TU also wirklich der Probe Ganze ist also sehr diese Interdisziplinarität zu fördern Gemeinsamkeiten zu entdecken wo sie vielleicht gar nicht so offensichtlich sind also ich denke gerade ich denke gerade dass das ICT-Systeme auch proaktiv helfen können Klimakrise zu mildern zumindest ja aber ich kenne mich halt nicht mit der Abfallwirtschaft aus ich kenne mich auch nicht mit Wasserwirtschaft aus wenn ich das verstehen würde könnte ich vielleicht auch da Hilfe geben beziehungsweise da geben sich vielleicht eigene neue Ansätze die man dafür folgen kann das kostet Zeit und Geld da muss man halt Zeit investieren um Dinge zu verstehen ganz einfach ja ich also danke für diese Meldungen und für die Diskussion das greift auch einen Punkt auf den der verschwindet fast schon aus dem Chat weil es jetzt gerade so aktiv wird den der Rudi Scheuwenz genannt hat eben dass man einfach versucht diese vorhandenen Kompetenzen zu vernetzen und das ist auch was was gestern irgendwie aufgekommen ist dass wir hier irgendwie eine Plattform oder einen Rahmen vielleicht gerade nicht jetzt aber irgendwann wieder brauchen um uns eben auch zu vernetzen nicht nur im virtuellen Raum so wie wir es hier eigentlich machen mit diesen unterschiedlichsten Disziplinen ja aber nicht sondern sogar transdisziplinär wir müssen mit NGOs mit Schnittstellen zur Gesellschaft wieder etablieren als Universität sonst laufen wir natürlich Gefahr dass wir uns zwar interdisziplinär vernetzen aber dass die anderen Universitäten und das können wir ja nicht ausschließen die anderen Fachdisziplinen ähnliche Mängel aufweisen durch ihre Art der Ausbildung in der Vergangenheit die uns dann nicht diesen notwendigen Schritt weiter bringen diese Emergenz die wir eigentlich brauchen in eine nächste Stufe um zu kapieren was nicht nur was wir alles falsch gemacht haben sondern was wir eigentlich alles derzeit reparieren müssen meiner Meinung nach eigentlich die Hauptaufgabe auch den Zweck der Universitäten in diesem ganzen Diskussionsprozess wieder in den Vordergrund zu stellen was wollen wir überhaupt wir diskutieren ja derzeit über die Universitäten fast als Selbstzweck als Ausbildungsstätte aber wofür wenn ich mir die Probleme anschaue die auf dem Planeten zukommen dann ist eigentlich vieles in der Reparatur und in dem nicht mehr so machen wie in der Vergangenheit im Vordergrund als das sozusagen zu replizieren was halt die Vorgängergenerationen gelernt haben zu tun nämlich im großen Ausmaß Naturzerstörung und Lebensgrundlagen für die nächsten Generationen zu zerstören und auf das hinaus müssten wir uns eigentlich auch intern screenen und eigentlich alles abstoßen was uns in diese Richtung nicht weiterbringt dazu eine provokante Frage ist das alles nur ein biologisches Problem also wenn wir alle dann in Pension gehen und die nächste Generation daherkommt machen die alles richtig also müssen wir nur kurz warten also kurz warten beziehungsweise haben wir nicht weil ich denke nur an Verhalten in einem bestimmten Bereich also ich habe ein Auto ich benutze es so gut wie nicht also es ist wirklich in der Garage meine Nachbarn sind wir sind 15 Jahre jünger als ich haben kein Auto und die haben auch gelernt so zu leben ohne Auto Schwiegereltern die haben Auto machen keinen Schritt ohne Auto drei Generationen komplett unterschiedlicher Verhalten ist es so wenn die nächste Generation da das macht was wir jetzt machen dass es eigentlich schon alles böse ist provokante Frage ich weiß es nicht ich glaube nicht weil wenn dem so wäre dann würde nicht der Energieverbrauch die CO2 Emissionen und so weiter alles weiter steigen wir haben ja ein kaskadisches System aufgebaut das ist uns siehe Transportsystem sozusagen vom realen zum virtuellen Raum das Stichwort Internet ist ja schon gefallen sozusagen uns nicht entfernt hat vom Energieverbrauchslevel oder vom Abhängigkeitslevel sondern wiederum neue Abhängigkeiten geschaffen hat also wir sind ja nicht resilienter geworden im System sondern ganz im Gegenteil man sieht ja jetzt wie abhängig wir von den ganzen Systemen in der Zwischenzeit geworden sind also insofern glaube ich nicht dass der Automatismus wir knallen jetzt allen ein Tablet in den Klassenzimmern vor die Nase allen Schülerinnen und Schülern und die nächste Generation wird alle Probleme lösen ich glaube sogar wir sind Lichtjahre davon entfernt weil die wissen nicht mehr wie man kocht wie man bäckt wie man Holz hackt oder einen Sessel zimmert und diese Dinge oder einen Brunnen gräbt oder schlägt und das sind wahrscheinlich eher die Skills die wir in 30, 40, 50 Jahren brauchen werden als sozusagen das Herumwischen auf einem virtuellen Bildschirm okay ich muss jetzt einschreiten wir sind nämlich wir wollten heute sehr gut in unserer Zeit drin bleiben schaffen wir wir haben es fast geschafft wir haben es fast geschafft wir sind absolut auf das Ziel geraten ich würde Ihnen trotzdem also erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die wirklich wahnsinnig guten Diskussionsbeiträge war klasse hat mir sehr viel Spaß gemacht ich würde dann vielleicht einfach noch wenn jemand auch ein, zwei Sätze loswerden will sehr gern ein, zwei Sätze aber ansonsten würde ich dann sagen wir bringen es für heute so langsam zum Ende und kehren uns alle schön zusammen raus Heidi waren das jetzt die ein, zwei Sätze die man noch sagen sollte ich habe jetzt glatt den Faden verloren weil ich noch mal im Chat war nein alles nein 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 fühlen Sie sich frei wenn Sie noch ein, zwei Sätze auf Lager haben dann bitte her damit aber ansonsten würde ich sagen ein Satz ich muss den Bettkopf spielen ein Satz ein Satz okay dann nehme ich einen klugen Satz der nicht von mir ist der ist von Herbert Bartek das ist von einer auch von einer Vorlesung die von dem Rudi Scheuvens der vor auch im Chat aktiv war organisiert wurde von letztens der dann sagte ich kann mir keine demokratische Welt vorstellen in der wir mit einer 5 Grad Plus Erwärmung leben und das ist etwas das hat noch mal viele mir bewegt das ist worauf wir zusteuern momentan und das ist keine Welt in der ich leben will in der ich keine Kinder kriegen will und ja das wollte ich noch mal zeigen ja im Sinne der zukünftigen Generationen harte Ansage aber sollten alle überlegen gibt es noch einen Satz von jemandem es muss nicht sein ich wollte nur sagen ich habe schon große Hoffnung in die neue Generation und auch wie ich die Studierenden erlebe also ich habe einfach die Hoffnung und die steht zuletzt gut dann ein praktischen Vorschlag wollte ich noch mal den ich im Chat gepostet habe wie wäre es denn mit einem fachbereichsübergreifenden Doktorandenkolleg an der TU zum Thema Klimawandel Vermeidung Adaption Interdisziplinär weil die TU hat ja diese Instrumente wenn man sich ans Rektorat wenden würde wäre das eine Idee wurde gesehen wurde gesehen wird mitgenommen es ist ja jetzt nicht so dass wir heute damit jetzt für alle Zeiten am Ende sind sondern wir nehmen die Ergebnisse der gestrigen und der heutigen Diskussion nehmen wir mit da wird es dann glaube ich im Jänner wird wieder eine Veranstaltung kommen aber da würde ich jetzt dann einfach wieder zurückgeben an Sibila und Philipp Thunher vielleicht haben die dazu noch ein zwei Worte damit kehre ich mich auch selber raus bedanke mich nochmal wirklich bei allen Diskussionsteilnehmern war klasse hat Spaß gemacht danke danke auch ja hervorragend also ich bedanke mich auch bei Thomas und Heidi für die hervorragende Moderation von der Podiumsdiskussion auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen an der Podiumsdiskussion überhaupt bei allen Sprecherinnen und Sprechern die heute bei uns hier einen Beitrag geleistet hatten auch ganz herzlichen ganz herzlichen Dank möchte ich noch sagen jetzt schon einmal damit das nicht vergessen wird an unser Technikteam Leere Noldner und Lina Kahner die sich hervorragend im Hintergrund um alles gekümmert haben wirklich ganz toll ja ich glaube da sind viele Anregungen jetzt gekommen aus meiner Sicht ich bin ja nicht vom Fach aber ich finde das schon interessant also man sieht schon wo die Probleme liegen aber der Lösungsweg ist halt dann doch nicht so trivial also da gibt es sicher noch einiges zu tun und die Zeit drängt enorm wie man hört also das ist wirklich eine ganz schwierige Sache aber ich denke wir sind ja also man muss die Initiative greifen ich wollte das nur noch auf diese Anregung nochmal aufnehmen die jetzt gerade noch kam wie wäre es mit einem Doktoratskolleg vielleicht braucht es einfach auch ein bisschen mehr ein Doktoratskolleg läuft halt drei Jahre dann ist das Doktoratskolleg vorbei ich denke mir fast das bräuchte sowas wie eine Grassroots Bewegung von der TU aber das kann ja auch über die TU Wien hinausgehen über mehrere Institutionen dass man sich wirklich zusammentut und selber was gründet weil sobald etwas ins Laufen gerät und genügend Leute sich dem anschließen entwickelt das auf Neudeutsch gesagt ein gewisses Momentum und ist dann hoffentlich bald nicht mehr zu übersehen und dann kann auch das Rektorat gar nicht anders als das zu fördern und wenn es gut geht die Politik vielleicht auch nicht also das ist vielleicht nur noch so ein Gedanke aber ich denke den haben sicher viele andere außer mir auch schon gehabt Darf ich da ganz kurz noch was dazu sagen? Ja bitte gerne Es gibt schon so eine Grassroots Bewegung und die heißt mittlerweile TU Green Team uns findet man im CoLab und wir wollen genauso von kleiner Ebene ein paar Dinge umsetzen jeder ist da willkommen jeder kann sich anschließen mal reinschauen reinlesen beteiligen es sind unsere Kontaktdaten alle auf der CoLab Seite TU Green Team ja mir Interesse da mal reinschauen wir sind vom Geodepartment also vom Departement für Geodisierung und Geoinformation entstanden und mittlerweile über die Grenzen hinaus gewachsen Wunderbar ich bin jetzt kurz hinausgeflogen ich habe jetzt nicht alles gehört aber das gibt es anscheinend das gibt es also schon und das heißt das wäre auch eine ganz tolle Basis wahrscheinlich um zum Beispiel noch ein Doktoratskolleg oder weitere Dinge oben drauf zu setzen super ja ich glaube ich möchte es gar nicht mehr sagen ich möchte auch der Sibylle noch das Wort übergeben ich habe jetzt meinen Dank schon ausgesprochen ich glaube ich freue mich ich denke die Veranstaltung ist vorangelaufen ja und ich freue mich schon auf deine Worte Sibylla und auf die weiteren Dankeschön also ich möchte mich herzlich bedanken bei allen die sich so engagiert eingebracht haben ich glaube das war sehr furchtbar diese Diskussionen und viele Fäden sind jetzt beginnen sich zusammen zu knüpfen oder weiter zu knüpfen ich orte da ein sehr starkes Bedürfnis über die Fakultätsgrenzen oder über die Disziplingrenzen den Diskurs weiterzuführen um wirklich der Klimakrise zu begegnen aber auch ein Bedürfnis das nach außen sichtbar zu machen spürbar zu machen sich einzumischen die wissenschaftlichen Erkenntnisse dann auch eben nach außen zu bringen also sozusagen auch diese Übersetzungsarbeit wird noch eine Aufgabe sein um zum Handeln zu kommen und da sind jetzt glaube ich einfach sehr viele Anknüpfungspunkte vorhanden die Sie aufnehmen können die Sie nachhören können in Kontakt kommen wir treffen uns im Rahmen TV-Vision wieder im Jänner da werden wir wieder über Digitalisierung und Klimakrise diskutieren Themen von heute hineinzubringen vielleicht kann man da schon einige Sachen die vielleicht schon angelaufen sind wieder da wieder anknüpfen vielleicht schon präsentieren es wird gehen um die gesellschaftliche Verantwortung einer technischen Universität in Zeiten der digitalen Transformation und Klimakrise Ja ich möchte mich herzlich bedanken das ist am 20. Jänner sehen wir uns da wieder und die Aufzeichnung wird morgen wird es die Aufzeichnung von der heutigen Veranstaltung geben wünsche einen schönen Abend danke Philipp habt Freude gemacht mit dir die Doppelkonferenz zu machen danke auch an dich bis zum nächsten Mal